Musik 5% der Schüler und Schülerinnen in Stuttgart sind, gehen nach Waldorfschulen. Sogar Ministerpräsident Gretschmann machte den Waldorfianer anlässlich des Jubiläums einer Aufwartung, begleitet das Ganze von weitgehend unkritischem Mediengetöse. Ein Zitat aus der Stuttgarter Zeitung. In der Eurythmie setzen die Schüler Sprache und Töne in Bewegung um. Es ist also kein Witz, dass sie ihren Namen tanzen können. Der Gründervater und Vorträger Rudolf Steiner zeichnete sich durch verkwarztes Denken und abstruse Theorien aus. Zum Beispiel, dass sich der menschliche Gehlkopf irgendwann im Laufe der Entwicklung zum Geschlechtsorgan umwandeln würde. Kein Scherz. Das reicht schon. Aber Steiner propagierte auch offen Rassismus. Also zum Beispiel geschrieben, der blonde Blauäugige ist den dunkelhaarigen Braunäugigen intellektuell überlegen, weil bei Letzterem zu viel Geisteskraft in die Pigmentierung fließt. Aus dem steinerschen Denken speist sich letztendlich auch das pädagogische Konzept der Waldorfschulen. Und damit sind wir beim Thema des heutigen Abends. Wir haben zwei hochkarätige Referenten von weit her geholt, die uns das Thema erklären. Oliver Rautenberg, der sich als Blogger zu dem Thema einen Namen gebracht hat. Und André Sebastiani, Autor sehr erkenntnisreicher Bücher. Da ist der deutsche Idealismus mit drin. Da sind Elemente von Goethe drin, Goethe's Farbelehre. Die Gnosis ist da drin. Teile von christlicher Mystik, aber auch von fernöstlichen Lehren. Da steckt Hebronismus und Buddhismus mit drin. Gewürzt mit ein bisschen Freibauertum. Also es ist eine große esoterische Melange, eine Mischung bis hin zu Science Fiction Elementen, die man so auch in Broschenromanen finden würde. Und was die möchte, die Anthroposophie ist, sie will eine spirituelle Weltanschauung sein. Eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Was immer ganzheitlich sein soll. Schwer zu definieren. Eine cosmologische Betrachtung des Menschen. Es geht ganz viel um den Kosmos und die Welt. Und wie sich der Mensch in der Welt spiegelt. Und wie der Kosmos auch wiederum anders um den Menschen spiegelt. Da kommen wir noch ein bisschen zu. Das ist ein bisschen kompliziert. Es ist in der Außenwirkung immer nicht so klar. Ist es eine Weltanschauung? Ist es vielleicht eine Glaubensgemeinschaft? Hat es religiöse Züge? Ist es eine Religion? Oder, härtere Kritiker sagen, es hat sektenhafte Züge. Haben wir es heute gelesen. Heute kam ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der in der Überschrift gesagt hat, die Waldorf-Pädagogik sei wie eine Sekte. Und das hat nicht der Autor des Artikels gesagt, sondern das hat ein ehemaliger Waldorf-Schüler, Sohn einer Waldorf-Lehrerin und auch ehemaliger Waldorf-Lehrer gesagt, nämlich Nikolas Williams. Ja, der Nikolas Williams, der war Waldorf-Lehrer an mehreren Schulen. Er kennt also auch verschiedene Einsichten. Nicht nur eine Sichtweise an einer Schule. Und der ist halt zu diesem Urteil gekommen. Vielleicht kriegen wir noch das Abends raus, was dahinter steht. Der Ursprung sollten wir vielleicht noch ganz kurz sagen. Der direkte Ursprung liegt nicht nur im Fernen Osten, sondern noch ein bisschen konkreter in der Theosophie. Helena Baratzky ist vielleicht einigen Begriff, das wollen wir jetzt aber vielleicht nicht vertiefen. Steiner war dann jedenfalls eine Zeit lang Vorsitzender der Theosophischen Gesellschaft. Und dann kam es da zum Bruch und er hat seine eigene Weltanschauung gegründet, das war dann die Anthroposophie. Ja, die Anthroposophie ist ja im Wortsinn eine Okkult-Lehrer, eine Geheim-Lehrer. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal der Lehre, dass es quasi ein Geheim-Wissen ist, was vom Meister oder vom Gelehrten zum Schüler immer weitergegeben werden muss. Und fällt mir gerade ein, das war noch gar nicht besprochen, das wurde bei Demeter so, die ökonomische Landwirtschaft, das ist ja auch ein Praxisfeld. Die galt ganz viele Jahrzehnte als geheim. Was die da so alles auf den Macker machen, das durfte dann bis in die 60er Jahre nicht verraten werden. Da wurden geheime Papiere ausgetauscht und daran erkennt man so ein bisschen, dass man auch viel Geheimniskrämerei hat. Und die geheimen Papiere, die stammen ja von dem einen, dem Meister, dem Guru der Anthroposophie von Rudolf Steiner, also das sind seine landwirtschaftliche Vorträge, die daran geheime geheim worden sind. Und ich sage einfach mal ein paar Worte zum Rudolf Steiner. Der Rudolf steht ja auch schon dran. Am 27.02.1861, damals im österreichischen Kaiserreich, heute gehört das zu Kroatien, im Bahnhof in, ich muss es selbst immer ablesen, Kraljević geboren. Gestorgen ist er am 30. März 1925 in Dornach in der Schweiz nach schwerer Krankheit. Und Dornach ist auch bis heute das Zentrum der Anthroposophie. Und dieses Gebäude, das wir gerade gesehen haben, ist das Goetheanum. Das ist sozusagen das Hauptquartier der Anthroposophie. Der Steiner hat ein riesiges Werk hinterlassen. Das hat er aber nicht komplett selbst aufgeschrieben, sondern er hat nur den geringsten Teil selber schriftlich verfasst. Der weitaus größte Teil besteht aus mit stenografierten Vorträgen. Die Gesamtausgabe umfasst mittlerweile über 350 Bände. Das sind, ich habe es mir aufgeschrieben, 5.600 stenografierte Vorträge, mehr als 1.000 Wandtafelzeichnungen. Und es ist also ein gewaltiges und widersprüchliches Werk, über das Gegner und Anhänger der Anthroposophie seit seiner Entstehung im Prinzip schreiten. Das ist auch ein bisschen ein Problem, dass diese Vorträge mit stenografiert worden sind. Denn häufig ist so der Einwand, wenn man etwas peinliche Zitate bringt. Das heißt, der Herr Sackler vermutlich nicht ganz genau so gesagt. Das ist wahrscheinlich beim Stenografieren eben so runtergeschoben worden. Insofern kann ich aber trotzdem nur empfehlen, dass man mal reinliest in die Gesamtausgabe. Wir haben heute einige Zitate drin, die sind alle frei im Internet. Und ja, manchmal hört man, ihr zitiert so selektiv und ihr sucht euch dann nur das Schlechteste raus. Aber ich kann wirklich empfehlen, einfach mal ein ex-beliebiges Werk nehmen oder so ein Zitat suchen und mal ein paar Seiten vor- und zurückblättern und da mal reinlesen und schauen, ob es besser wird. Ja, man kann das übrigens auch, wenn man ein Stichwort hat, wenn man sich für Ölegrin interessiert oder wenn man sich für Landwirtschaft interessiert oder ob man eigentlich mal was über die Seele erfahren will. Da gibt es einfach eine Suchmaschine auf der Seite der Freien Nachlassverwaltung Steiers. Da gibt es dann diese 355 Bücher, die wer automatisch durchsucht. Das sind 90.000 Seiten und dann findet man, kann man sich vorstellen, bei 5.500 Vorträgen, Steiner hat irgendwann mal zu allem irgendetwas gesagt. Also man findet was und ja, das ist ein unerstöpflicher Fundus, für den ich auch schon viel glaube. Und da ist doch jetzt die Frage, also er hat praktisch zu allem was gesagt, weil er zu fast allem auch mal was gefragt wurde und dann ohne Antwort nie verlegen war. Er hatte glaube ich auch ein großes Wissen, das kann man schon sagen. Das glaube ich auch. Aber was meinst du, war er denn jetzt ein Scharlatan oder ein Universalgelehrter? Ich würde dazu tendieren zu sagen, er war ein Universal-Scharlatan. Er hat also zu jedem Bereich eine Meinung gehabt und viele Praxisfelder sind aus seinen Vorträgen entstanden. Zum Beispiel aus den Landwirtschaftlichen hast du gesagt, ist die biodynamische Landwirtschaft geworden. Dass die Technik, die man da anwendet, was man dort macht, ob das wirklich der Landwirtschaft helft, den Boden verbessert oder die Produkte in der Qualität verbessert, das ist bis heute nicht bewiesen. Und auch in anderen Praxisfeldern, wie den, der zur anthroposophischen Medizin hatte zum Beispiel. Dass es auch gilt heute als Pseudowissenschaft, nicht belegbar. Deswegen würde ich sagen, in allen Bereichen, wo er tätig war, hat er eigentlich mehr oder weniger Scharlatanerien hinterlassen. Deswegen werden wir das anschauen. Eine andere Frage wäre, kann es sein, dass er vielleicht geisteskrank war? Dass er psychisch vielleicht nicht ganz gesund war? Das ist auch eine Spekulation, die man häufig hört. Finde ich nicht ganz seriös zu beantworten, ohne ihn untersucht zu haben. Man hat heute die Schriften und man weiß nicht, hat er versucht, den Leuten einen vom Pferd zu erzählen? Und in denen hat er selber wirklich daran geglaubt? Ich glaube, dass er zum Ende hin vermutlich immer mehr daran geglaubt hat, an sich selbst, so wie heute viele Anthroposophen auch sehr überzeugt sind von dem, was sie da sagen. Und ich glaube, wenn man meint, also ist er Scharlatan oder Psychopath, würde ich sagen, vielleicht sowas wie ein Charlopath. Ja, vielleicht eine Mischung auch. zu haben. Kommen wir aber vielleicht zur Frage, Religion, Wissenschaft. Also Schreiter selber bezeichnet die Anthroposophie als Geisteswissenschaft. Und das ist schon mal ein kleines Fabierspiel, weil er natürlich nicht Geisteswissenschaft im landläufigen Sinne meint, sondern er meint die Erweiterung der Naturwissenschaft um die geistig-kosmischen, um die Einsichten aus geistig-kosmischen Welten, die er da postuliert. Ja, viele echte Geisteswissenschaftler zocken da natürlich zusammen. Wenn jemand glaubt, in höheren Welten höhere Wahrheiten finden zu können und das dann als Wissenschaft verkauft, das ist schon ein starkes Stück. Was er eigentlich versucht ist, uns zu erklären, dass es eine zusätzliche Welt gibt, die nicht jeder wahrnimmt. Und es gibt neben der materiellen Welt, alles was ich sehen und anfassen kann, da gibt es die Geisteswissenschaftler zusätzlich. Und so hat er es ja auch in seinen Praxisfeldern quasi betrieben. Er hat den Medizinern gesagt, du siehst gar nicht alles. Ich sehe es ganzheitlich. Ja, du siehst immer nur, was vor deinen Augen ist, aber es gibt ja auch ganz andere Dinge, die du nur noch nicht wahrnimmst. Er versucht also immer zu erweitern, so heißt es ja auch zum Beispiel die anthroposophische erweiterte Medizin, einen ganzheitlichen Blick zu haben, der dann immer kosmisch Erkenntnisse über den Menschen ziehen will, haben will. Und man merkt, da ist so ein elitäres Element drin, also man hält sich für höher stehen, man hat höhere Einsichten als die normalen Menschen. Manchmal wird man ein bisschen milde belächelt, wenn man mit Anthroposophen diskutiert, weil man ja leider noch nicht auf der Erkenntnisstufe ist, die diese Menschen erreicht zu haben glauben. Ja. Und wir haben da ein Zitat vom Steiner, das ich ganz gut finde. Da haben wir jetzt zum ersten Mal so ein Rotum vom Steiner und kriegt auch so ein bisschen vielleicht ein Gespür dafür, wie er sich sprachlich so ausgedrückt hat. Und er hat so ein Beispiel vom Fisch, der an die Grenze des Wassers stößt und das ist für ihn so das Bild dafür, wie der Mensch an die Grenze seiner Wahrnehmung stößt und darüber eigentlich nicht hinaus kann. Der Fisch kann vor allen Dingen nicht hinaus. Ja, der Apostoloph kann es dann. Und er sagt, es gibt Menschen, die glauben mit den Grenzen der Sinneslandschaum seien auch die Grenzen aller Einsicht gegeben. Würden diese aufmerksam darauf sein, wie sie sich dieser Grenzen bewusst werden, so würden sie auch in diesem Bewusstsein die Fähigkeiten entdecken, die Grenzen zu überschreiten. Der Fisch schwimmt an die Grenze des Wassers. Er muss zurück, weil ihm die physischen Organe fehlen, um außer dem Wasser zu leben. Der Mensch kommt an die Grenze der Sinnesanschauung. Er kann erkennen, dass ihm auf dem Wege dahin die Seelenkräfte geworden sind, um seelisch in dem Elemente zu leben, das nicht von der Sinnesanschauung umspannend wird. Wir fragen das hinterher ab. Ja, man merkt ein bisschen die verquaste Sprache, das ist ein Badern, was dann immer so ein bisschen dabei rauskommt. Ich glaube, dass er natürlich zu allen Themen gefragt wurde und eine Meinung haben musste. Und dann habert er sich manchmal so ein bisschen in die Themen rein, bis er so richtig seinen Faden findet. Aber es ist teilweise sehr, sehr schwer zu lesen. Man kriegt diese Sätze gar nicht gepasst im Gehirn. Man muss das mehrfach lesen und dann hat man vielleicht die Idee, was er gesagt haben könnte. Jetzt ist die Frage, diese geistige Welt, die man dann mit den geistigen Organen, die man so ausbildet durch den anthroposophischen Schulungsweg, wenn man auf die zugreift, ist die eigentlich unbevölkert? Nein, die ist nicht unbevölkert. Also es gibt diese zusätzliche geistige Welt, die man wahrnehmen kann. Ich muss gesagt, da gibt es einen Schulungsweg, wie man das erreichen kann. Schwerner hat gesagt, man müsste seine Geistorgane ausbilden. Das heißt, wenn man mit genügend Training an die Sache rangeht, kriegt man quasi zusätzliche höhere Organe. Die kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie die da rechts in der 2. oder 3. Leber oder irgendwas, sondern es ist ein geistiges Organ, das entsteht durch einen Meditationsweg, durch intensive Naturbetrachtung zum Beispiel. Da gibt es so Dinge, dass man ganz lange auf eine lebende Pflanze schaut oder ganz lange auf eine tote Pflanze und durchmeditiert, welche Unterschiede die beiden wohl haben könnten. Und dann schafft man es, diese Geistorgane auszubilden und dann kann man die höheren Welten vielleicht am Ende sehen. Und welche Wesen sieht man dann? Es gibt ganz, ganz viele verschiedene geistige Wesen, die wir nicht wahrnehmen. Dazu gehören unter anderem Engel und Erzengel natürlich und natürlich die christlichen Einflüsse der Lehre. Es gibt Elementarwesen, es gibt Dämonen, es gibt Feuergeister, Forstriesen, Undinen, Sülfen, Gnome, Wichtel. Und nicht zu vergessen den Mondpuller, der liegt übrigens auf den Mondhabstern postuliert. Das ist ein Wesen, der ist ungefähr so groß wie ein 10-jähriges Kind. Und je nachdem, wie das Klima auf der Mondgrade ist, schreit er unterschiedlich laut. Ich vermute immer, als die Amerikaner auf dem Mondgrad sind, war der gar nicht nur laut. Ich glaube, der war am Set. Der war am Set. Der war bei Kubrick. Und noch zum Briefing kurz. Also diese Wesen, das klingt jetzt natürlich sehr lustig für uns nicht eingeweiht, aber die gelten schon als Realität. Und die findet man auch an vielen Stellen der Lehre wieder. Die findet man in den Waldorfschulen zum Beispiel wieder, wenn man sieht, es gibt eine Hauszeitung bei der Waldorfschule, ein Hausmagazin, das nennt sich die Erziehungskunst, kriegen alle Waldorf-Eltern nach Hause geschickt. Das ist eine riesige Auflage, 70.000 Stück. Und dort wird zum Beispiel dann auch postuliert, wenn die Kinder auf die Hausaufgaben machen, dann sind die davorwesen, erfreut darüber. Gerade die Genomen, denen ist das wirklich wichtig, dass Arbeiten sauer und ordentlich gemacht werden. Und die Richterzwerge kommen dann auch in der Waldorfschule vor. Nicht, weil das so schön ist, für die Kinder mal einen Arbeitsplatz zu haben, wo das Werk drauf ist, sondern weil man wirklich davon ausgeht, dass es diese Wesenheiten gibt, und dass die Einschussaufgaben haben, aber dass die auch geflincht sind. Genau, und es gibt auch vor allen Dingen in Waldorf-Kindergärten die Anweisung an Eltern, die Kinder nicht aufzuklären darüber, dass das Fantasiewesen sind, weil wir auch nicht besuchen sind, es ist ja keine Fantasiewesen, sondern man sagt den Eltern, das sei wichtig, dass man sie in diesem magischen Denken belässt und das eben nicht aufklärt. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich widersprechen würde. Aber wenn wir auf die Frage der Religion zurückkommen, würde ich doch sagen, also es gibt in gnostischer Tradition Mächte und Bösen, die miteinander im Klinsch liegen, in einer übersinnlichen, geistigen Welt, die sinnlich nicht fassbar ist. Unser Weltgeschehen ist eigentlich nur so eine Art Folie, vor dem sich das alles abspielt. Es gibt, da kommen wir nachher noch mal intensiver drauf, die Vorstellung von Karma und Wiedergeburt, nicht nur des Menschen, sondern des ganzen Kosmos, unsere Erde ist auch ein Wesen, das durch mehrere Reinkarnationen gegangen ist und so weiter und so fort. Es gibt einen Religionsgründer mit Steiner und ich finde, im Prinzip sind alle Merkmale, die ich für eine Religion für wesentlich halte, erfüllt bei der Anthroposophie. Und was mir jetzt noch fehlt, sind Gebete. Gibt es sowas wie Gebete? Es gibt für die Waldorf-Lehrer auch als Handreichung, gibt es Bücher oder auch fast nur so Internetquellen mit Ritualtexten. Die Waldorf-Lehrer ist ja sehr virtualisiert, da wird sehr viel ritualisiert, da wird morgens zum Beispiel ein Morgenspruch, eine Art Morgengebet durchgeführt. Das ist also quasi das erste, das Start auf den Tag, wird auch gerne ein Kerzchen angemacht, das ist alles sehr wohlfühlig und ist auch schön. Nur, wenn man mal ein bisschen auf die Texte hört, die da gesprochen werden, die teils Ängste eines aus Steiners hier bekommen, da sieht man schon, dass das sehr stark religiöse Züge macht. Und da haben wir ein Beispiel, das mit dem Film klappt. Das verheere ich, oh Gott, die Menschen von der Liebesicht, es hält mir die Kraft, für die Seele Geistes Macht. Sie gibt den Frieden Kraft, im Sonnenlicht des Kleins, verheere ich, oh Gott, die Menschen von der Liebesicht, die du in meiner Seele mir so glücklich hast. dass ich kann Arbeit sein und lernbegierig sein. Von dir stammt Licht und Kraft, zu dir strömt lieb und dank. Danke, lieber Gott, dass du mich befähigst. Jetzt ist vielleicht der positive Aspekt an solchen Steinertexten, dass wahrscheinlich kein Kind, das das gerade aufgesagt hat, das überhaupt kapiert hat, was es da eigentlich gesagt hat. Dieses eine Mädchen konnte sich auch schwer wachhalten. Ja, es ist aber auch frühmorgens und da sind die noch nicht so gefühlt. Okay, wir kommen zum Evolutionsgedanken in der Anthroposophie. Der Mensch wird in der Anthroposophie zum Teil einer viel größeren Evolutionserzählung. Ich lege da inzwischen sehr viel Wert drauf, von einer Evolutionserzählung zu sprechen, weil es eine fiktive Evolutionsgeschichte ist, die mit der realen Evolution nicht viel zu tun hat. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es da das Prinzip der Reinkarnation, nicht nur des Menschen, sondern auch... Ja, alle Dinge reinkarnieren quasi, werden wiedergeboren, haben neue Verkörperungen, erschaffen sich neu, vergeben und entstehen und so natürlich auch die Planeten. Auch die Planeten reinkarnieren, auch die Erde reinkarniert, ist bereits reinkarniert und wird das noch häufiger tun. Also unsere Erde war vorher Saturn, Sonne und Mond. Und wie hast du jetzt eine Original-Wandhafen zeigen von Steiner? Richtig. Zwischendurch war die Erde auch ein gemeinsamer Körper mit der Sonne und dem Mond. Also für Anthroposophen übrigens ist die Sonne ein Planet und der Mond auch. Die Erde war ein gemeinsamer Planet aus Sonne, Mond und Erde. Eine interessante Ableitung, die mir da immer einfällt, es wird in anthroposophischen Medizin immer gerne mit Gold gearbeitet, als Heilmittel. Und das Gold ist eigentlich nur deswegen auf der Erde, weil das Gold verdichtetes Sonnenlicht ist. Das ist also quasi materialistisch gewordenes Sonnenlicht. Und das ist noch aus dieser Phase, als die Sonne noch mit der Erde einen Körper war. Aber wenn sie sich abgespalten haben, gibt es noch nicht das Gold. Und deswegen ist es so etwas mit dem Körper. Zu Medizin können wir vielleicht noch ein, zwei Worte sagen. Genau, jetzt ist glaube ich der Text wahrscheinlich hinten nicht mehr so gut zu lesen, aber ich lese es noch mal vor, der Steiner sagte. Gerade so wie der Mensch Verkörperung nach Verkörperung durchmacht, Metamorphose nach Metamorphose, so machen alle Wesen der Welt Verkörperung und Wiederverkörperung durch. Vom kleinsten bis zum größten. Und auch ein solches Wesen wie unsere Erde selber ist, also ein planetarisches Wesen, macht Wiederverkörperung durch. Unsere Erde war nicht etwa schon als Erde entstanden, sondern ihr ging voran ein anderer Zustand. Und diese anderen Zustände und die zukünftigen Zustände, die sehen wir hier. Ja, das sehen wir natürlich in der Abfolge. In der Mitte ungefähr, wo die Erde so umstrichelt ist, das ist der jetzige Zustand. Der Endzustand der Erde wird sein, wenn die Erde sich wieder reinkarniert, wird die Erde wiedergeboren als Planet Vulkan. Ich glaube nicht, dass der Steiner den Spock im Kopf hatte als Vulkan, der wäre im Zoologisch gewesen. Das ist, glaube ich, auch viel zu verkopft, dieses Wesen. Bis dahin sind wir längst vergeistigt. Es ficht die Erde übrigens nicht an, dass man vor diesem 100 Jahre alten Gedanken, dass es einen zusätzlichen Planet Vulkan gar nicht gibt. Es ficht die nicht an, das bleibt trotzdem Realität. Jetzt spielt die Zahl 7 eine Riesenrolle. Ja, das ist richtig. Also es gibt diese Reinkarnation der Planeten. Ich muss ab und zu ein bisschen schauen, weil die Texte so schwierig sind. Die Zahl 7 spielt eine große Rolle auch bei der Reinkarnation der Planeten. Es gibt sieben Planeten im Planetensystem, das wird bekannt, die in sieben mal sieben Zuständen sich evolutionieren werden und neu geboren werden. Oder wie der Geheimschüler sagt, es gibt sieben, sieben, sieben Verwandlungen des Planetensystems. Und gerade diese sieben als magische Zahl, die finden wir in Anthroposophie ganz oft. Zum Beispiel geht man davon aus, dass die Kinder in Baddorfschulen alle sieben Jahre quasi weiterreinkarnieren. In der Anthroposophischen Kirche, wir als Christengemeinschaft, geht man davon aus, dass der beste Führungskreis für die Kirchengemeinde ein Siebenerrat ist. Und so findet man halt magische Zahlen mit erfüllten Bedeutung an jeder Stelle. Zu dieser menschlichen Entwicklung, dieser Entwicklungspsychologie, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen intensiver dazu. Jetzt ist es halt wichtig, wenn wir von der Evolution der Planeten gesprochen haben, dass der Mensch natürlich genauso eine Evolution durchläuft, und zwar weil der Mensch für sich genommen ein kleiner Kosmos ist. Und ich finde der Entziehungswissenschaftler Klaus Pranger, der ist leider kürzlich verstorben, der hat ein schönes Zitat dazu, der sagt, der Mensch ist im Kleinen ein Kosmos, der Kosmos im Großen ein Mensch, Welt, Natur und Geschichte sind ein genaues Pendant des Menschen, der Mensch, deren Synthese, en miniature. Und damit bringt er das wirklich auf den Punkt. Überall in Steiners Lehre findet man so organizistische Vorstellungen, alles, die Planeten sind wie die Organe, unsere Organe sind ein inneres Planetensystem, in allen Praxisfeldern finden sich diese Gedanken wieder, und es geht dann immer um Ungleichgewichte, die sich zum Beispiel in einer anthroposophischen Medizin, die man dann wiederherstellen muss. Oder man muss das Gleichgewicht wiederherstellen, wenn es ein Punktgleichgewicht zwischen diesem inneren System gibt. Bei der menschlichen Entwicklung gibt es auch einen originellen Gedanken. Wenn man da von Evolution spricht, ist nämlich nicht die Evolution so wie Darwin, sie meint, die ja ungerichtet ist, gemeint, sondern Steiner, das weiß man, hat sich auch mit Ernst Haeckel beschäftigt, der ja auch erdigen Gedanken in sich getragen hat, dass es eine Höherentwicklung gibt. Und Steiner kombiniert das mit der Reinkarnationslehre, und man soll also über mehrere Reinkarnationen sich weiterentwickeln, sich höher entwickeln. Und er sieht da auch verschiedene Stufen. Richtig. Das ist quasi die Entwicklung der Menschheit in einer Originalzeichnung von Steiner. Ich hoffe, man kann das ganz gut lesen. Es untertitelt mit Entwicklung der Menschheit. Es ist ein Strich von links und nach rechts oben, der mit Mensch betitelt ist. Und die Stufen der Menschwerbung oder die Evolution nach Steiner ist von den Monären zu den wirbelosen Tieren, über die Fische, über die Reptilien, zu den niederen Säugetieren, zu den höheren Säugetieren, dann zu den Affen, den Indianern und dann zu der Spitze der Evolution, dem Aria. An der Seite stehen noch so ein paar Zeiträume, in denen das geschehen ist oder geschehen wird. Fängt an mit der Polarzeit, über das alte Lemurien bis zu Atlantis. Die Wege der Menschheit, ja. Die Wege der Menschheit, laut Steiner, das war übrigens vor 9000 Jahren, als der Mensch noch in Atlantis gelebt hat. Kleiner Witz am Rande, jetzt ist ja viel Auto statt hier in der Gegend. In Atlantis gab es bereits Autos, und zwar fliegende Autos. Und die wurden mit Biodiesel betankt. Er hat laut Steiner mit Pflanzensamen beheizt und kommt dann auch über Gewehrgeschwäden. Er wusste ja nicht, dass Elektronobilität die Zukunft sei. Das hat er nicht Lust. Also mit näher Kraft aus Pflanzensamen beheizt. Ja, das ist zum Teil lustig, aber zum großen Teil auch erschreckend, wenn man sieht, dass quasi, auf dem Weg zur Menschwerdung, wir niedere Lassen durchschreiten müssen, oder der Mensch muss niedere Lassen durchschreiten, degenerierte Lassen, die vom Aussterben gezeichnet sind, das sind dann Ariaten, Indianer, oder um die Sprache von Steiner zu benutzen, der Neger in seiner Zeit. Ich würde das nicht sagen, aber das sagen wir jetzt heute mal zeittypisch. Die sind dann im Wegsterben und fallen dann da auf der Stufe knapp nach dem Affen, fallen denen natürlich raus. Der Neger, der kocht ja immer fort im Hinterhirn und hat deshalb ein starkes Triebleben und ähnlich verstörende Zitate gibt es da. Da betreuen Anthroposophen aber immer, dass das überhaupt nicht rassistisch ist, weil es dem Steiner eigentlich darum ging, die Rastunterschiede zu überwinden. Wenn wir alle genug reinkarniert sind, dann werden wir diese Sprache des Indianers und des Negers alle hinter uns gelassen haben und dann werden wir als weißer Arier reinkarnieren. Da gibt es ja immer den Steiner-Spruch, die höchste Rasse oder die zukünftige Rasse, die am Geiste schafft. Und insofern ist das auch vielleicht gar nicht höchste Meinung von ihm, wenn er sagt, wenn wir alle reinkarniert haben, dann kann selbst der Neger und selbst der Indianer die Chance haben, zum Weißen zu werden und dann die Spitze der Evolution erreichen. Und es ist jedenfalls kein dumpfer Rassismus, der auf Auslöschung bedacht ist, sondern man hat eher den Sinn, so eine Art geistige Entwicklungshilfe zu leisten. Also eigentlich sind die Dunkleutigen und die Indianer, das sind eigentlich Rassen, die haben ihre Rolle in der Entwicklung der Menschheit längst ausgespielt. Eigentlich müssen wir jetzt zur Weiterentwicklung, wir müssen jetzt zum Arier, aber von daraus muss die Entwicklung noch weiter getrieben werden, hin zu völlig vergeistigten Wesen. Ja, es gibt natürlich oft die Entschuldigung, das war ein zeittypischer Rassismus. Früher hat man halt so über Neger gedacht und gesprochen. Was man aber immer dann ein bisschen übersieht ist, dass da ja eine ganz eigene Evolutionstheorie hintersteckt. Das war nicht nur eine unbedachte Äußerung oder mal hier in der Abhänge beim Kommentar, sondern das ist ja eines der Kernelemente, die wiederkurt zu einem höheren Wesen mit dem Arier an der Spitze. Und so hat es auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften heute für jugendgefährdende Medien gesehen. 2007 haben wir sich ein Steinerbuch vorgeknüpft und haben festgestellt, nach Auffassung unseres Gremiums finden sich in dem Buch Steiner's Textpassagen, die rassendiskriminierend sind, weil der Autor darin Menschen verschiedener ethnischer Herkunft aufgrund von körperlichen Merkmalen in unterschiedliche Wertigkeitsstufen einteilt. Und wenn einer sagt, das ist ja nur so zeittypisch nein, das vom Innenministerium von der Bundesbehörde untersucht, randlich bescheinigt, da kann man es nachlesen. Zumindest die Bundesprüfstelle ist der Meinung, das ist dann lediglich rassistisch. Zumal Anthroposophen vor dem Widerspruch stehen, auch wenn sie im Sinn haben, die Rassenunterschiede zu überwinden, dass sie versuchen mit einem Weltbild, das die Rassen als real existiert annimmt, versuchen Antirassismus abzuleiten und das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, das kann nicht funktionieren. Wir sind jetzt ja schon mittendrin im Menschenbild und ich glaube, das springen wir jetzt auch mal rüber und das machen wir dann schon am konkreteren Beispiel der Waldorfpädagogik. Da habe ich nochmal das Menschenbild. Kama haben wir jetzt gerade schon genannt, also so ein Kind kommt nicht völlig neu auf die Welt, sondern das war schon häufiger mal da und es sucht sich auch die Eltern aus, wo es inkarniert wird. Das finde ich persönlich einen ganz romantischen Gedanken. Ich habe drei Kinder und morgens am Frühstückstisch, wenn ich mir vorstelle, die haben sich mich ausgesucht, diese niedlichen kleinen Wesen, dann ist das schön. Es kann aber ganz schnell unappetitlich werden, wenn man an so Dinge wie Missbrauch oder Gewalt in Familien denkt, weil dann ist man schnell bei Schuldfragen, denn das Kind hat eigentlich selbst Schuld und das hat sich die Eltern ja ausgesucht, wie es da missbraucht. Das ist etwas, was nicht so klar ausgesprochen wird. Wenn man das aber zu Ende denkt, steckt das eigentlich ganz klar drin. Und Herr Steiner sagt auch, dass sich Menschen, die in Elendsregionen zur Welt kommen, auch das ausgesucht haben, weil sie im letzten Leben karmisch ein Ungleichgewicht hergestellt haben, das ausgeglichen werden muss. Und zum Beispiel kommt man dann in einer Gegend zur Welt, in der es die Cholera gibt, und dann kann man eine bestimmte, kann man halt die Cholera bekommen und dadurch heilt man seinen Karma ab und im nächsten Leben wird es dann besser, dann ist es ausgeglichen. Aber wenn der Asiate nicht so materialistisch unterwegs wäre, wäre da auch Hiroshima nicht passiert. Genau. Weil sowas liest man dann auch in anthroposophischen Zeitschriften, dass das natürlich die Karma-Rechnung ist, die die jetzt serviert bekommen für ihren Materialismus. Die Wesensglieder haben wir gerade schon mal angesprochen, da sind wir nämlich in der jahrsiebten Ehre. Da kommen wir wieder zu der magischen Sieben. Mach ich ihn. Ich mach ihn. Mach du ihn. Ich mach ihn. Ja, also man geht davon aus, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dann ist es noch ein fertiger Mensch. Es ist eigentlich nur Körper, nur ein physischer Leib. Es geht darum, dass wir in sieben Jahressschritten als Menschen zusätzliche Wesensglieder entwickeln. Ich finde diesen Ausdruck sehr sperrig, man kann sich das vorstellen als Körperhülle oder ich finde es noch einfacher als Aura. Alle sieben Jahre wird ein neuer Aura gebrochen. Und dann werden wir fertig reinkarniert immer in siebener Schritten. Das ist so, nach dem physischen Leib, den wir als Baby sind, erhalten wir mit dem siebten Lebensjahr unseren Ätherleib, mit dem vierzehnten Lebensjahr unseren Astralib und das eigentliche Ich der Person oder die Seele entwickelt sich dann erst mit dem 21. Lebensjahr. Und da muss natürlich auch die Waldorf-Pädagogik darauf achten, dass man die Kinder entsprechend behandelt zu dem jeweiligen Entwicklungsstand, den sie gerade erreicht haben. Also es ist ein Stufenmodell. Genau. Letzten Endes leitet sich die anthroposophische Entwicklungspsychologie aus dieser Vorstellung ab. Wir haben im zweiten Jahr sieb, das ist ja das, was für die Schule besonders interessant ist, wenn der Ätherleib geboren wird, nämlich mit sieben Jahren, die Vorstellung, dass die Kinder in diesem Lebensalter besonders Nachfolge und Autorität bedürfen. Das sind laut Steiner die Zauberworte der Erziehung. Bis zum vierzehnten Lebensjahr soll alles, was gelernt wird, aus Liebe und Autorität zur Lehrkraft gelernt werden. Er sagt halt auch, es handelt sich nicht darum, dass das Kind über alles sofort ein Urteil bildet, sondern dass es zwischen den siebten und fünfzehnten Jahren das, was es aufnehmen soll, aufnimmt aus Liebe, aus Autorität zum Erzieher. Eigenständiges und kritisches Denken ist dabei unerwünscht. Man soll sogar seinen Kopf gar nicht zu sehr anstrengen und zu sehr in kritisches Denken verfallen. Und er bringt da noch ein manipulatives Element ins Spiel, das ich gerade schon mal etwas vorzeitig angeworfen habe. Er sagt, es gibt kein gesundes Denken, dem nicht ein auf selbstverständlichen Autoritätsglauben gestütztes, gesundes Empfinden für die Wahrheit vorangegangen wäre. Und das vielleicht mal ein zweites Mal lesen und einen Moment sacken lassen, dann merkt man, was er da eigentlich sagt. Ja, es gibt kein gesundes Denken, du kannst als Kind nicht gesund denken, wenn du nicht selbstverständlich an die Priorität des Lehrers glaubst, vielleicht sogar die richtige Idee äußerst. Das kann sehr schädlich sein. Und so erkenne ich die Wahrheit natürlich. Man fragt sich schnell, ob das heute noch eine Rolle spielt. Das sind alles Bilder, die er vor 100 Jahren entwickelt hat. Wie ist das heute noch in der Wallhoffschule? Und da empfehle ich immer mal einen Blick in die Lehrpläne. Die sind teilweise im Internet auch kostenlos erhältlich. Und da liest man das dann. Zum Beispiel steht im offiziellen Lehrplan der Wallhoffschule in Österreich, den im dritten Jahr nicht frei werdenden, noch sehr ungeordneten und unkontrollierbaren Seelenkräften muss Raum geschaffen werden. Und wir als Grundlage in der Wallhoffpädagogik haben elaborierte Auffassungen über die leibliche und innere Wesenheit des Menschen, über die Wesensglieder. Und diese sind dem Leib als Instrument zugeordnet. Wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, das ist nicht schlimm. Das steht im Lehrplan der Wallhoffschule. Die Wesensglieder, die Seelenkräfte, der Ätherleib, der Astralleib. Ich persönlich weiß nicht, was das in dem Lehrplan zu tun hat. Aber die Leute schon was darüber reden. Im deutschsprachigen Lehrplan, der Lehrplan Nachricht, der da häufig genommen wird, findet sich das nicht so explizit. Aber wenn man die Konzepte kennt, dann erkennt man sie auch wieder. Zum Beispiel wird der Stoff genauso aufgebaut, wie Steiner das vorsieht und wie es der Entwicklung der Kinder eben nach diesen Konzepten entspricht. Und jetzt haben wir mit der siebten Lehre so eine Einteilung der Kinder nach Lebensalter. Ich sage gerne, das sind so Schubladen, wo die Kinder drinstecken. Man kann sich dagegen auch gut daran orientieren. Man kann dann sagen, was mache ich, zu welcher Zeit. Genau. In der Unterstufe ist eher das. Aber es ist ja individuell und ganzheitlich. Und deshalb bleibt es natürlich nicht nur bei der Schublade, sondern in der Schublade finden sich noch verschiedene Fächer für die Charaktere, die die Kinder haben. Und das sind die Temperamente. Die Temperamente-Lehre, die geht ja zurück aufs Altertum. Auf die vier Säfte-Lehre des Hippokrates. Und damit schon zweieinhalbtausend Jahre auf dem Ruckel die Lehre. Ja, und auch zu Steiners Zeiten selbstverständlich längst überholt. Nichtsdestotrotz wird bis heute behauptet, dass sich Kinder in diese vier Grundtemperamente einteilen lassen. Und so werden sie dann nach Lebensalter und nach erkanntem Temperament durch den Waldorflehrer behandelt. Die vier Temperamente sind Cholerica, Melancholica, Phlegmatica und Sanguinica. Das sind Bilder, die findet man auf der Wikipedia von einem Hauswand in Frankfurt. Ja, ganz so weit weg von hier. Auf der ganz linken Seite der Cholerica. Der sieht schon ein bisschen missmutig aus. Das zweite ist der Melancholica, der so ein bisschen in die Gegend starrt. Das dritte ist der Sanguinica. Und der dicke am Ende ist selbstverständlich der Phlegmatica. Was macht diese Einteilung aus? Was gibt es da für vier Typen, wo man Kinder einteilen kann? Naja, also es gibt ein dominierendes Temperament und manchmal noch Anteile der anderen Temperamente. So ein bisschen stelle ich mir das immer vor, wie Sternzeichen und Aszendent. Steiner sagt über den Cholerica, der sei leicht reizbar und vom Ich-Leib beherrscht und dadurch ist der Cholerica sehr selbstbewusst. Steiner sagt weiter, die Säuglinge mit ihrem Zappeln, gerade wenn sie gesund sind, so zappeln sie viel, sind alle cholerisch. Das cholerische Kind aber behält etwas zurück von Toren und Wüten des ganz kleinen Kindes. Dadurch lebt in dem cholerischen Kinde dem acht-, neunjährigen Knaben oder Mädchen drin immer noch der kleine Säugling weiter. Dadurch ist dieses Kind cholerisch und man muss versuchen, dieses cholerische Kind dadurch zu behandeln, dass man das kleine Kind, das darin ist, ein wenig zur Ablehnung bringt. Und das macht man gerne, indem man Cholerica neben Cholerica setzt. Es ist nämlich, es gibt eine Sitzordnung, die vorgesehen ist, nach erkanntem Temperament in der Waldorfschule und das ist mir auch häufig schon bestätigt worden, dass man sehr gute Erfahrungen damit macht. Und die Cholerica sitzen alle zusammen und weil die ja nicht so richtig still sitzen können, dann wird man ständig von dem Cholerica nebenan angerempelt und ärgert sich darüber, dass der einen immer angerempelt. Dann siehst du mal, wie das ist. Und dann sieht man nämlich mal, wie das ist und dann kommt man auf, damit so zu sein, weil man gemerkt hat, wie das ist, wenn man so ist. Offenbar. Also, wir haben ein sehr schematische, ein sehr vereinfachtes Blick auf das Kind. Und immer wenn ich den Waldorf-Ferbespruch lese wie, wir behandeln ihr Kind ganz individuell, dann ist es so, es gibt vier Arten von Individuen und so behandeln wir das Kind. Ja, da würde der Waldorf-Lehrer jetzt sagen, ja, aber vielleicht hat er ja auch noch diesen Aszendent und hat auch noch eine Spur als Phlegmatiker, vielleicht sehr zusätzlich noch cholerisch. Ich weiß es nicht. Und der ist schläflich, der ist ein seelischer Regenwurm. Die A ist schwachsinnig, die kann nicht aufmerksam sein. Der E, der ist ein Deutsch-List, bei dem liegt eine Abnormität der Gehirnhaut vor. Das muss eine Ausschaltung des Ätherleibes Haare sein. Und so geht es weiter. Ein Mädchen, das sich immer sehr beliebt macht beim Lehrer, die sollte man am besten ignorieren, denn Lob macht nicht mehr geizig. Und das geht ganz kurz um den Haaren. Auch an den Haaren hat er die Kinder eingeteilt. Wenn jemand liegende Haare hat, dann wird er immer den Lehrer nachahmen und wird sich zum Beispiel auch die gleiche Handschrift jemand aneignen, der der Lehrer hatte. Ein Kind mit struppigen Haaren würde das nie tun. Jetzt könnte man ja sagen, das war ja vor 100 Jahren. Das macht ja heute ganz bestimmt kein Mensch mehr. Und da würde ich dann doch empfehlen, sich mal den online verfügbaren Artikel in der Süddeutsche, den wir vorhin schon erwähnt haben, rauszusuchen, wo der Nicholas Williams zu Wort kommt, der nämlich von genau solchen Gesprächen unter Lehrern berichtet, die genau so versuchen, die Kinder zu erkennen und auch mit solchen Zuschreibungen arbeiten. Ohnehin, selbst wenn man das nicht in so einem Extrem betreibt, sehe ich da ein bisschen die Gefahr darin, dass mir die Kinder oft dieses vermeintliche Temperament festlegen, was sie da zeigen. Ich sehe gar keinen Sinn darin, das zu tun. Ich kann doch gucken, was das Kind eigentlich macht. Ich muss doch keine besondere Behandlungsform dafür haben. Ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass das schnell zur Self-Fulfilling Prophecy werden kann für so Kinder, wenn der Waldorf-Lehrer mit der priesterlichen Sicht eines kleinen Gottes, sage ich mal, bestimmt, wie dieses Kind zu sein hat. Ich glaube, jetzt haben wir die Temperamente gesehen. Das war diese große Schublade der Jahr 7. mit den kleinen Schubladen der Temperamente, mit der Sicht auf die vier verschiedenen Wesensarten. Jetzt gibt es noch etwas Zusätzliches, nämlich wir alle machen uns auf die Reise und in unserer Entwicklung vollziehen wir die Entwicklung der Menschheit nach. Die ist selbstverständlich streng eurozentrisch und der Steiner sagt, im 10. Jahr, nein, der Steiner sagt es nicht, sondern Randolf Grosse, einer der ersten Waldorf-Lehrer, der sagte, im 10. Jahr ist das Kind German, dann Grieche, dann absolviert es die Wanderung vom Osten bis ans Mittelmeer und wird als 12-jähriges ein Römer, im 13. Jahr ein Ritter, ein Klosterbruder, ein Kolumbus in Amerika entdeckt und zieht als 14-Jähriger mit Napoleon nach Russland und ist mit der Geschlechtsreife in seiner Gegenwart angekommen. Mädchen kommen in dieser Erzählung überhaupt gar nicht vor. Man merkt aber an den Waldorf-Lehrplänen, dass die in den Geschichtsepochen genau dieser Erzählung folgen. Ich habe es ja auch noch, wir müssen nicht groß darauf eingehen, diese Kulturepochen, die Steiner da annimmt, die reichen bis weit in die Zukunft. Aktuell sind wir in der germanisch-angelsächsischen Kulturepoche, dauert auch noch eine Weile bis 3573 nach Christus und irgendwann geht es nach Amerika. Da endet das Ganze dann. Also genauso wie das Kind in seiner Entwicklung, die Entwicklung des Menschen, und da ist für mich der weiße Europäer, nachvollzieht, genauso ist halt auch der Unterricht aufgebaut, wenn das Kind dann im zehnten Jahr ein German ist und danach im elften Jahr vielleicht ein Grieche, dann werden, wenn die Kinder zehn sind, die alten Germanen waren und die im zehnten dann, oder im elften, dann die alten Griechen. Das ist also sehr stark in diese Evolutionslehre angelegt. Ein interessanter Fakt ist immer, wenn jemand sagt, ja, aber Steiner, das spielt doch gar keine Rolle mehr, ist der Mann so. Nein, das spielt in jedem einzelnen Punkt, den es an der Waldorfschule gibt, von vor Ort bis zum Abend. Jetzt habe ich selbst immer gedacht, bevor ich mich näher damit beschäftigt habe, die Waldorfpädagogik ist eine Reformpädagogik. Sehen wir dich so, oder? Nein, weil die Dinge, die in der Reformpädagogik vor 100 Jahren schon passiert sind, die hat Steiner entweder einfach informiert und nicht angenommen, oder er hat sie explizit abgelehnt. Er hat ja, und das haben wir noch nicht eingeführt, vielleicht ist es auch sehr bekannt, er hat ja die Schule gegründet auf Wunsch eines ihm befreundeten und sehr, sehr wohl und besonnenen reichen Zigarettenfabrikanten, dem Emil Mold von der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Und da kennt man das, Waldorf-Astoria-Zigaretten, da ist der Name Waldorf entstanden. Der Herr Mold war ein großer Anhänger, auch sehr an Spiritualität interessiert. Und der hat ihn da gebeten, eine Schule zu seinen Arbeiterkinder zu machen, und Steiner hat das quasi aus der Hohlenhand einfach erfunden. Er hat zwar auch Konzepte übernommen, die es schon fertig gab, aber er hat nicht die Konzepte der Reformpädagogik angemacht. Einenfalls könnte man den Epochenunterricht als Projektprojektivunterricht anführen, der ist aber, solange er Epochenunterricht ist, mal eben bestimmt durch die Esoterik, die ich gerade auch angeführt habe, durch diese Forschung zum Beispiel, dass das Kind die Entwicklung der Menschheit nachvollzieht. Wenn man das weglässt, gibt es eigentlich gar keinen Grund, die Inhalte so anzuordnen, wie sie da angeordnet werden. Und dann wäre es einfach Projektunterricht und dann wäre es auch kein Waldorf-Spezifikum, sondern dann wäre es das, was an vielen Schulen einfach passiert. Ja, eine der obskursten Geschichten ist ja, wir haben in der Evolution gesehen, dass die Menschheit ein Vormaß in Atlantis war. Und so ist auch an vielen Schulen, beleiblich an allen Schulen, aber an vielen Schulen die Atlantis-Lehre ein Bestandteil des Geschichtsunterrichts. In der fünften Klasse wird die Anstellung, dass die Menschen aus Atlantis behandelt oder toll behandelt werden. In der Umfrage erinnern sich auch viele Waldorf-Schüler daran, das mal gehabt zu haben. Es hat ihnen wahrscheinlich nicht sehr geschadet, aber da findet man auch diese esoterische Entwicklung ganz klar im Lehrplan, wobei das mittlerweile nicht mehr Atlantis-Lehre heißt, sondern nur noch alte Kulturen, alte Hochkulturen. Und in der fünften Klasse machen wir alte Hochkulturen. Und ohnehin sagt man da, naja, das machen wir nicht als historischen Fakt, sondern das machen wir als Geschichte. Das Problem ist da aber, dass an Waldorf-Schulen häufig gar nicht so richtig trennscharf unterschieden wird zwischen Märchen und Geschichten und harten Fakten. Und das ist halt etwas, was Waldorf-Schulen systematisch nicht beigebracht wird, behaupte ich. Und da sehe ich ein Riesenproblem drin. Und wenn Sie jetzt gefolgt haben, dann haben Sie vielleicht auch eine Ahnung, warum das nicht geschieht, weil in den Mythen, da steckt ja auch ganz viel Wahres aus der leistigen Welt. Das möchte man dann nicht als Märchen abqualifiziert wissen. Nein, alles, was man sich vorstellen kann, kann auch wahr sein. Und dann ist es auch wahr. Ein Wort würde ich gerne zum Schriftsprach, der wird an Waldorf-Schulen sagen. Der setzt nämlich häufig verspätet ein. Das ist nicht mehr immer der Fall, weil das bildungsbürgerliche Klientel, das seine Kinder zur Waldorf-Schule schickt, erwartet, dass die Kinder dann auch schnell lesen und schreiben lernen. Das ist aber nach der reinen Lehre nicht erwünscht und passiert an vielen Schulen dann auch verspätet. Nämlich, die Kinder werden in Deutschland ja mit sechs Jahren eingeschult. Und wenn Sie jetzt gefolgt haben, wissen Sie ja mit sechs Jahren, ist man ja nur physischer Leib. Und da hat man noch gar nicht die geistigen Kräfte, um die Schriftsprache richtig zu erwerben. Und wenn man es denn noch tut, dann stellt sich da auch so ein Ungleichgewicht ein, was im späteren Leben zu Krankheiten führen kann. Und deshalb sollte man ein bisschen später lesen und schreiben lernen, nämlich erst im Alter von sieben, wenn der Zahlenwechsel einsetzt und dann kleiner die Bilderkräfte zu wirken beginnen. Da steht auch wiederum wörtlich im Lehrplan, dass bei den Schuleingangsuntersuchungen die Zähne untersucht werden. Und erst wenn das nachfolgende Gewiss kommt, wenn der Zahnwechsel passiert ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sich der Ätherleib ausbildet. Und bevor dieser Zahnwechsel nicht da ist, sollen die Kinder nicht lesen und schreiben lernen. Und das ist auch nicht förderlich, wenn man das zu Hause schon geübt hat. Das soll nicht sein. Und dabei habe ich aber gelegentlich auch Kinder, selbst als Lehrer in der ersten Klasse, die kommen natürlich, die könnten das schon. Die wollen. Was macht man denn dann mit denen? Die wollen. Also, wir sitzen in der Waldorfschule häufig mit 36, 37, 38 Kindern zusammen und einige können schon lesen und die sollen jetzt ein Jahr lang Formen zeichnen. Die fühlen sich verschaukelt. Und da kenne ich auch einige, die tatsächlich sehr schnell dann von der Waldorfschule wieder abgegangen sind, weil die sich schon als sechs-, siebenjährige Kinder farscht gefühlt haben, auf Deutsch gesagt. Ja, das... Ich bin einfach schon eins weiter geübt. Kein Problem. Ich habe aber das Wurde, ich habe auch... Ach, das trifft sich. Kleine Schulbücher. Auch relativ bekannt, dass man ohne Literatur ohne Schulbücher arbeitet. Zumindest bis zur Achtung Klasse. Das ist natürlich, klar. Und ich weiß nicht, ob wir da vorausgeschickt haben, dass natürlich nicht jede Waldorfschule eins zu eins ist, wie lange eine Waldorfschule. Ich finde, man muss immer so ein bisschen den Blick darauf haben, was ist denn von der Leitung, zum Beispiel von dem Bund der Waldorfschule in Deutschland, gewünscht? Wo soll die Reise denn hingehen? Und damit wird man nicht verhindern können, der Bund hat da keinen Einfluss, ob irgendwo eine Schule ist, wo ein liberaler Lehrer ist. Deshalb, das mache ich aber anders oder ich bringe jetzt doch mal ein Buch mit. Das kann man nicht ausschließen, aber gewollt ist es nicht, sondern die reine Lehre soll nur vom Lehrer zum Schüler weitergegeben werden. Da haben wir wieder dieses Ding mit dem geheimen Wissen, was der Guru oder der Lehrer hat. Und aus Autorität und Liebe zum Erzieher soll gelernt werden, deshalb soll auch alles durch den Lehrer oder Erzieher geflossen sein, was dann das Kind herangetragen wird. Und du hast natürlich völlig recht, das kann im Einzelfall auch ganz anders gehandhabt werden. Man kann aber schon sagen, also der Bund der freien Waldorfschulen hat die Namensrechte und wenn es Schulen gibt, die da allzu sehr ausscheren, dann ist es auch schon vorgekommen, dass dann halt der Name Waldorf nicht mehr an der Tür stand. Nein, das muss natürlich die reine Lehre sein und wenn das nicht praktiziert wird, dann ist der Name auch weg von der Umständen. Das ist durchaus schon an dem Manifizieren. Genau, also es gibt Freiheiten, aber diese Freiheiten haben dann auch wieder Grenzen. Ein weiteres, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Vorurteil ist, aber man sagt ja immer, an Waldorfschulen wird die ästhetische Erziehung sehr hochgehängt. Und ich glaube, an dem Punkt ist vielleicht auch am ehesten wirklich was dran. Da ist wirklich was dran. Es wird sehr viel gehandwerkt, es wird sehr viel gemalt, hergestellt. Es gehört teilweise auch noch Steinmetzen und Fadenspinnen und natürlich auch Gartenbau und ähnliche Dinge mit zum Unterrichtsinhalt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es wird sehr viel Wert auf Hinsisches gelegt, sehr viel Wert auf Künstlerisches gelegt. Und natürlich nicht zuletzt auch auf den Tanz, der ja vielfach so belächelt wird, als, ah, die Waldorfschüler tanzen ihren Namen. Selbst weder die Waldorfschüler können das, mehr noch die Waldorfkritiker. Man muss vielleicht nochmal einen Schritt weiter dahinter schauen. Ich sage immer, warum ist das ein Witz? Warum ist das kein Wahnsignal? Ach ja, da gibt es eine Schule, da tanzen die alle in so Leidenklager und dann tanzen ihren Namen. Das eignet sich für mich nicht so als Witz, sondern eher als Wahn. Da mal hinzugucken, was machen die und warum machen die das? Weil es keine Schule ohne Eurotmie geben kann, denn dann hätten die die Namensrechte nicht mehr. Absolut nicht. Ich stelle da mal ganz kreis an. Bei Eurotmie ist Pflicht, die muss gemacht werden. Wer da als Kind nicht teilnimmt, der fliegt von der Schule. Und es ist daher auch das unbelebteste Fach. Waldorfschule, man kann sich vorstellen, wenn man ein 14-jähriger Pubertär, der Junge ist, hat man keinen Bock, ein Seidenkleid vor der Klasse einen Tanz aufzuführen. Und deswegen ist das immer so, der Knackpunkt, wo sich die Kinder auch dran reiben. Aber es wird nicht ohne gehen. Genau, und dann glaube ich, mir gleich noch als Extrapunkt. Was tatsächlich sehr viel stattfindet, sind Theateraufbühungen, Rezitationen von Texten. Und ich persönlich glaube, da ist dann auch am ehesten eine Stärke zu sehen. Das habe ich schon häufig gesehen, dass sie das auch wirklich ganz gut machen. Ach, da haben wir noch den kleinen Einwand. Natürlich ist das auch sehr, sehr streng und sehr, sehr vorgegeben, was da zu tun ist. Zum Beispiel gerade bei den Zeichnungen, die die Kinder haben nun gefertigt, oder die machen viel Nass-in-Nass-Malerei. Da gibt es ganz vorgegebene Farben, die sie dann zu benutzen haben. Es gibt vorgegebene Formen, die sie abzubilden haben. Und wenn man am Ende dann die Halle an der Wand sieht, die Bilder, die die Klasse erstellt hat, dann sehen, dass die fast alle identisch aussehen. Alle ganz schön. Als ich das erste Mal in eine Waldorfschule reinkam, fand ich das auch wirklich sehr nett. So wie wahrscheinlich viele Eltern auch, die das erste Mal in eine Waldorfschule betreten. Und als ich in die nächste ging, dachte ich, komisch, die haben sich die Bilder auch in einer anderen Waldorfschule ausgeliehen. Und als ich immer mehr Waldorfschulen gesehen habe, habe ich kurz an eine Wanderausstellung gedacht. Aber inzwischen denke ich mal tatsächlich die vorgegebenen Bilder und die sehen immer gleich aus. Da ist eigentlich nichts Kreatives wirklich drin, sondern da wird eigentlich nur nachgeahmt, was der Meister da vorgegeben hat. Das ist durchaus so gewollt und ist auch weltweit so. Da wird die gleichen Bilder auch in einer anderen Seite. Also ja, es wird den Kindern sehr viel beigebracht, mit den Händen zu tun, auch Maltechniken kennenzulernen, das ist alles ganz wunderbar. Ich wünsche dir auch das Lernen, der Regenschule besser. Aber es ist natürlich auch immer ein esoterischer Hintergedanke und es ist auch immer ein sehr starkes Konstrukt. Es geht nicht darum, dass jeder das malt, was er möchte, sondern jeder malt das, was die Lehrerin will und je perfekter er das macht, desto besser ist es. Einmal, dass an Waldorfschulen Anthroposophie ja gar nicht unterrichtet wird. Ja, das kann man auch in Waldorfschulen Bullshit-Bingo ausstattlichen mitpacken, weil wenn es Kritik an den Waldorfschulen gibt und der kommt doch da aus der Ecke von diesem Hellseher, der hat doch da diese Weisheit-Anthroposophie, nicht, dass er den Kindern das beibringt, dann sagen wir mal, nein, das gibt es bei uns nicht. Wir haben hier keine Anthroposophie, das ist ja auch kein Unterrichtsfach. Und das ist immer so ein bisschen eine Schutzbehauptung, denn was ich immer sage, die Anthroposophie durchdringt jeden Bereich, das fängt man mit dem Gebäude, dass nach anthroposophischer Bauweise keine rechten Winkel haben darf. Weil rechte Winkel sind sehr unnatürlich, die kommen in der Natur nie vor Achtstein ab. Er kann doch kein, das kann man schon. Deswegen darf man nicht mit rechten Winkeln wahlen. Die Anthroposophie bestimmt die Wandfarbe. Ja, es gibt speziell vorgeschriebene Wandfarben, aber die werden fast alle in so einem rosa-rot gestrichen. Warum sind die rosa-rot? Ja, das Rote soll im Kind eine grüne Gegenfarbe erzeugen. Ja, erzeugt eine grüne Farbe, wenn sie auf eine rote Fläche blicken und das beruhigt das Kind. Ja, auch mögliche Kinder beruhigt das sehr. Und wie wir gesehen haben, von den Unterrichtsinhalten bis zu den wirklich sehr offenkundigen esoterischen Dingen wie den rhythmischen Pflanzen durchdringen die Anthroposophie jeden Bereich, auch wenn sie nicht ein Schulfach ist. Aber Steiner hat sich gewünscht und sie ist es auch gewünscht, sie soll organisch in den Unterricht eingebracht werden, sie soll bitte überall drin sein. Aber man soll es nicht nach außen dringen lassen, sonst kommt schnell das Urteil, wir seien eine Anthroposophenschule, die wir werden sektenhaft und das soll nicht sein. Die Gegnerschaft ist bereits groß genug. Das heißt, man muss Anthroposophie gar nicht mehr unterrichten, weil jeder Unterricht an der Waldorfschule angewandte Anthroposophie sein soll. Da kann man natürlich Glück haben, inzwischen gibt es auch viele Quereinsteiger an Waldorfschulen, die es da vielleicht mit der reinen Lehre nicht so genau halten. Und man weiß nicht, was hinter jedem einzelnen Klassenzimmer so abläuft. Aber so ist jedenfalls die Vorstellung, wie es zu sein hat. Laut Rudolf Steiner hat der junge Mensch vor seinem 21. Lebensjahr kein Interesse an irgendwelcher Körperlichkeit. Ich sehe es den Eltern angebend. Ich sehe, sie ändern sich. Und es herrscht auch immer der Gedanke, wenn man dem Kind was von Sexualität erzählt oder erklärt, wird es alles im Leben nur noch unter der Brille der Sexualität sehen, was im Endeffekt zu einer Art Frühsexualisierung führt. Da reicht übrigens, im ersten Jahr, sie reichen sogar unzüchtige Gedanken. Absolut, die Eltern. Man muss das gar nicht aussprechen. Das kann sein, dass man am H&M-Plakat vorbeifährt und dem Kind schon richtig was antut. Es steht wirklich so in dem Wörmachausmagazin Erziehungskunst, dass man den Sexualkundeunterricht bitte nicht behandelt, um einer Frühsexualisierung zu entgehen. Und es muss natürlich gemacht werden in irgendeiner Form. Also bringt man eher was über Konsentkultur bei und Respekt im gemeinsamen Umgang, den anderen nicht anzutun, was er nicht möchte. Aber man drückt sich so verquast in dieses Thema rum. Man will das nicht wirklich haben. Und entspricht insofern auch nicht wirklich der Lebenswelt der Kinder, denn sobald die die Tore der Waldorfschule verlassen haben, sieht die Welt ja dann doch ein bisschen anders aus. Und mir persönlich ist es doch lieber, ohne dass ich Kinder früh sexualisieren möchte, ist es mir doch lieber, ich bereite sie auf das vor, was sie da in der Welt so vorfiegt. Beziehung Bewegungskunst, auch direkt nach Steiner von ihm erfunden worden. Er hat es immer genannt, was wir hier machen, ist das irdische Abbild der Sprache der Elfen, Gnomen und Engel. Es ist also getanzte Elfen und Gnomen und Engelssprache. Da schreibt man ganz viele verschiedene Wirkungen zu. Zum Beispiel in der Medizin hat die eine Heilwirkung. Da gibt es Menschen, die meinen, das hilft gegen Hirntumore, Schussverletzungen. Bei Aids-Erkrankungen kann man diese Heil-Erythmie einsetzen. Auch bei dieser Rechtschreibschwäche. Absolut. Man kann im Landbau zum Beispiel wirkt hier benutzt. Es geht also immer um dieses Tanzen in waldenden Kleidern, was eigentlich auch eine sehr unkörperliche Sache ist, weil der Körper verdeckt wird damit und eigentlich keine ethische Körperlichkeit ist. Es ist aber halt ein Kernelement und darf nicht wegfallen und wird deswegen alle Bereiche angeboten. Eine Sache möchte ich doch noch anfügen. Der Staat, der kennt das Fach Eurythmie ja in seinen Lehrplänen nicht und deshalb weist er den Waldorfschulen auch kein Geld für Eurythmie-Lehrer zu. Und das bedeutet, dass das Geld, was an der Schule zur Verfügung ist, so umgelegt werden muss, damit der Eurythmie-Lehrer auch sein Einkommen hat. Das heißt, die müssen sich finanziell ganz schön strecken, um das hinzubekommen, den Eurythmie-Lehrer zu bezahlen. Und nicht nur das, an vielen Waldorfschulen leistet man sich dann auch noch einen Live-Pianisten, der die Musik dann noch live dazu einspielt. Und da sieht man dann halt, dass es nicht nur so ein bisschen spinnertes Tanzen ist, sondern dass da schon viel mehr dahinter stecken muss, weil das wirklich für Waldorfschulen eine große finanzielle Anstrengung bedeutet, das sicherzustellen. Und Eurythmie-Lehrer müssen auch weniger unterrichten als die anderen Lehrer, weil die so intensiv mit der Serie des Kindes in Kontakt treten. Das erfordert die, das ist sehr zährend, glaube ich. Sehr zährend. Und noch das letzte Bild, den biodynamischen Landbau nach dem Dorfsteiner, die die Qualität von Äpfeln zum Beispiel verbessert, indem man auf dem Acker die Apfelbäume getanzt. Ich würde euch gerne sagen, dass das Quatsch ist, aber das wird gemacht. Das nennt sich biodynamische Forschung. Und man hat herausgefunden, welche besonderen Bewegungen und Gesten den Geschmack dann verbessern können. Das kann man dann zum Beispiel auf den Seiten von Demeter nachlesen, auch wenn das so sinnhaft ist. Gleiches noch am Handeln, es gibt natürlich auch ein spezielles anthroposophisches Turnen. Auch der Sportunterricht ist anthroposophisch. Da gibt es zum Beispiel die Botmar-Gymnastik, die soll helfen, den Kindern den dreidimensionalen Raum sich wahrzunehmen. Weil ich mich immer frage, wie die sie die Turnhalle geschafft haben, wenn die den dreidimensionalen Raum nicht wahrnehmen. Aber unter der Tür durchgerutscht. Aber auch im Sport kommen wir um die Wehre nicht rum. Ja, aber wo ist jetzt eigentlich das Problem? Ja, weil wir jetzt ein bisschen tanzen, ein bisschen viel musizieren, viel malen, das kann ja alles nicht so schlimm sein. Und die Leute meinen das gut? Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Das glaube ich auch. Ja, wo ist das Problem? Also wir sehen ein Problem im magischen Denken, das da vermittelt wird. Und magisches Denken gehört in der Entwicklung eines Kindes ja auch dazu. Sollte dann aber ja auch irgendwann abgelöst werden. Passiert auch in den ersten Jahren nicht. Da es keine Bücher gibt, beschäftigen sich die Kinder gerade in den ersten beiden Jahren fast überwiegend mit Märchen und Fabelerzählungen, die dann immer natürlich sinnlücklich sein sollen. Aber da wird schon der Grundstein gelegt, dafür, dass zwischen echten Fakten und Fiktionen und möglichen gar nicht mehr unterschieden wird. Was sehen wir hier? Hier sehen wir die Nornen. Das sind, glaube ich, die Götter, die Zwerge, die ich richtig abgespeichert habe. Das ist ein Bild aus einer Waldorfschule. Da wird auch der Weltfaden geweben. Ja, genau. Die reden gerade, die Geschicke der Welt und die werden zum Beispiel eingesetzt beim Werben lernen. Das ist ein Original-Tafelbild von der Waldorfschule. Genau. Und da steht auch drunter, wir lernen heute Werben mit der Kraft der Norden. Ich habe es schon gesagt, es gibt haufenweise Naturwesen, Zwerge, Gnomen, die sind dann wirklich Unterrichtsinhalt. Das sieht man im Dokumentarfilm, da gibt es einen vom Bayerischen Rundfunk. Die Kinder sagen, wir lernen alles mit den Zwergen zusammen. Das technische Bild, das kommt später. Das kommt, glaube ich, ein bisschen später. Ich habe das Lehrerbild noch beim Problem. Ich habe ein ganz großes Problem mit dem Lehrerbild an Waldorfschulen. Ich persönlich verstehe mich als Lehrer nicht als kleiner Gott, der alles weiß über die Kinder, sondern ich versuche, mich eigentlich ein Stück zurückzunehmen und das Kind auch noch ein zweites, drittes und viertes Mal anzugucken und ihm eine Chance zu geben. Ich versuche, ein partnerschaftliches Verhältnis zu haben oder sagen wir mal, dem Kind ein Stück weit mehr auf Augenhöhe zu begegnen. Das würden Waldorflehrer wahrscheinlich auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie das tun. Ein besonderes Problem ist da aber auch die Schulstruktur, denn es sind Schulen ohne Schulleitung im herkömmlichen Sinn. Im Grunde eine selbstverwaltete Schule, ein sich selbstverwaltendes Kollegium, was natürlich auch dann so Geschicke wie Finanzen zu regeln hat und da hat man natürlich oft eine Schicksalsgemeinschaft, die das Kama zusammensortiert hat, ein Lehrer-Kollegium, die zusammen ist und zusammen sein soll und sich natürlich auch gegenseitig den Rücken stärkt, auch gegen Anfeindungen vielleicht von Eltern oder Methoden kriegt. Entscheidungen in solchen Kolleginnen sollen einmütig fallen. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn ich ein Projekt machen möchte, dann stelle ich das meinen Kollegen vor und wenn niemand Widerspruch erhebt, dann ist das so beschlossen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz merkwürdige Dynamik geben kann. Wenn ich merke, meine Kollegin, die hat mir da an dem Punkt widersprochen, deshalb konnte ich mein Projekt nicht machen, das merke ich mir fürs nächste Mal, wenn die was vorschlägt und ich finde eine solche Struktur nicht sonderlich demokratisch. Aus Elternsicht sehe ich da das Problem, das hast du gerade schon genannt, man steckt sich den Rücken. Das macht man an staatlichen Schulen auch ein Stück weit. Es ist ja nicht so, dass man sich als Eltern da nicht auch mal ohnmächtig fühlen kann, wenn man gegen die Schule läuft. Da gibt es aber immerhin Beschwerdewege, die man einhalten kann. Es gibt einen Schulleiter, zu dem man gehen kann und wenn der einem nicht entspricht, dann kann man auch noch zur Schulaufsicht gehen. Wenn das kleinere Problemchen sind, dann führt das vielleicht mal ins Leere, aber wenn es wirklich schwerwiegende Vergehen sind, dann kann man relativ sicher sein, dass da auch entsprechende Prozesse dann ablaufen und eingedeitet werden. Genau. Und wenn es Beifahrten dazu gibt, wie da mit uns zu gehen wäre. Und da hat man, wenn man ein Problem hat mit der Schule, hat man als Eltern eine Schwierigkeit dagegen anzukommen. Ich kann nicht zum Schulamt gehen und mich beschweren, weil der Schulamt sagt, das sind Urhebschüler, und da habe ich nichts zu tun. Ich kann zur Schule gehen, aber die nehmen sich vielleicht gar nichts davon an. Ich habe den Eindruck, dass sie sich sehr oft nichts davon annehmen. Und wenn ich mehr als lange protestiere, dann wird halt der Schulvertrag gekündigt, weil draußen stehen genug Leute, die in die Schule reinbauen. Die Schule boomt sehr stark. Wir haben jetzt fast an die 250 Schulen, 245 laufen mal einen gesetzlichen Aufbau. In Deutschland? In Deutschland. In Deutschland. In etwa 1.000. Und die können gar nicht so viel aufnehmen, wie die Leute da reinbauen. Deswegen, dass jemand passt da nicht ins System, weil er vielleicht auch kritisch ist, wird er gegangen und dann stehen genug Leute, die den Platz haben. Mobbing hängt da fast direkt damit zusammen. Die Klassen bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Die sind ausgesucht worden, die sind vom Schicksal dafür bestimmt, da in diesen acht Jahren mit dem Klassenlehrer zusammen den Weg zu gehen. Und in so einer Klassdynamik gibt es halt auch oben und unten. Und man sieht das als ganz natürlich an, dass da halt auch Kinder zum Opfer werden können. Und man sieht da sogar einen Sinn drin. Ja, natürlich hat das einen Sinn, wenn ein Kind gemobbt wird. Dann wird es das brauchen für seine Entwicklung. Dann wird das, dass es gemobbt wird und zum Opfer wurde. Das liegt dann in seiner Vergangenheit. In dem vorherigen Leben hat es etwas getan, was es heute zum Opfer macht. Und das kann es auch nur dadurch überwinden, dass es auch gemobbt wird. Und da muss man das auch schon mal ein Stück weit zulassen. Es kurvierte mal eine Handreichung von einer kanadischen Waldorfschule, der Erden Howard School, aus der Tauchenwende. Und da wurde davon gesprochen, dass es Opferkinder gibt und Täterkinder. Und der Lehrer sich noch tunlich sehr genau überlegen möchte, ob er da eingreift oder wie weit er eingreift, die mechanische Entwicklung nicht zu stören. Ich will nicht sagen, dass es mehr Mobbing gibt an der Waldorfschule. Das wird es wahrscheinlich überall geben. Aber es hat für mich den Eindruck, dass wir gerade da absichtlich nichts dagegen getan haben. Es gibt eine Studie vom Stiftung im Universum Forschungsinstitut, das schon darauf hinweist, dass in Waldorfschule besonders viel Mobbing, Gewalt, aber auch insbesondere Mobbing, vor Zerstörung von denen auch besonders stark ist. Und gerade da empfinden Eltern häufig eine Ohnmacht. Und ich habe auch Mobbing-Tagebücher zugeschickt bekommen. Und zu Hause, wenn ich die lese, da steigen einem wirklich fast die Tränen in die Augen, was da passiert. Und wenn man immer von erfolgreich und zufriedenen Waldorfschülern hört, die es ja auch zahlreich gibt, das will ich ja gar nicht absprechen. Trotz dem ganzen Überbau, der da drüber schwebt, können Schüler da durchgehen und haben vielleicht eine empathische Lehrkraft, die vielleicht eine tolle Person ist und gehen da unbeschadet durch. Das passiert natürlich auch. Aber man weiß aus einer Waldorf-eigenen Untersuchung, die nämlich man rausgefunden hat, eine große empirische Untersuchung, ich glaube, 1800 Schüler, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, jedenfalls relativ großer Datensatz. Und da haben die Absolventen von den Waldorfschulen angegeben, zu 30 bis, ich glaube 35 bis 50 Prozent, dass sie in der ersten Klasse nicht an der Waldorfschule waren. Das heißt, es sind Quereinsteiger, die am Ende gesagt haben, ich bin irgendwann dazubekommen. Und daraus habe ich abgeleitet, gut, wenn einer quer eingestiegen ist, die Klassen sind eigentlich immer proppevoll, dann ist da vorher auch einer ausgestiegen. Aber der Aussteiger, der taucht in keiner Liste mehr auf, den kann man nie zu befragen. Der hat vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht, schämt sich vielleicht dafür, möchte damit gar nicht öffentlich auftreten. Ich glaube, wir beide haben da auch einige Fälle von Menschen, die sich da bei uns gemeldet haben und die Patronen nicht in der Öffentlichkeit wollen, ihren Namen nicht genannt haben wollen. Und sage, ich bin froh, dass das hinter mir ist. Ich kenne auch Eltern, die den zweiten Geburtstag an dem Tag feiern, an dem sie ihr Kind von der Waldorfschule gemeldet haben. Es ist in der Tat so, eigentlich gehört es nicht zum Programm, aber es gibt einen, ich kenne einen Schüler von der Waldorfschule, Käpt'n, bei dem 14 Lehrer wegen Übergriffigkeiten gegen Schüler gleichzeitig von der Schule geflogen sind, viele davon standen vor Gericht. Irgendwann kam aus, dass die ersten drei verurteilt wurden wegen täglichen Angriffen auf die Kinder. Danach verliert sich so ein bisschen die Berichterstattung, aber da sieht man, dass ein ganzes Kollege durchgebläht ist und das nicht verhindert wurde und natürlich möchte ich den Opfer davon damit nicht mehr vorwissen und nicht hören. Ich glaube, ein Grund dafür, warum trotz allen Waldorfschulen so gerne angewählt sind, sind Nebenschwächen des staatlichen Systems auch, dass man die sich immer stärker bestäunigende und stark durchtechnisierte Welt im Grunde als lebensfeindlich empfindet oder ein Unbehagen empfindet und da meint, da kann ich mir die Auszeit gönnen davon und habe so ein bisschen meinen Schwungraum für die Kinder. Ja, vielleicht kann man sich dann auch in dieser immer komplizierter werdenden Welt darauf zurückziehen, was immer schon gut war, machen wir Gartenbau, machen wir Handarbeit, lernen wir mal nähen, das kann ja auch nicht falsch sein, da sind auch ein bisschen Grundkenntnisse, wie vielleicht jeder von uns gut gebrauchen könnte. Also zieht man sich darauf zurück, der Hintergrund ist eine ganz generelle und sehr, sehr starke Technikfeindlichkeit an den Ballotschälen. Technik ist erstmal grundsätzlich was sehr, sehr Materielles. Maschinen, Materieller als Maschinen kann man nicht sein. Und wir wollen uns ja, oder der Ballotschüler und der Ballotslehrer sollte sich ja mit geistigen Welten beschäftigen und nicht mit dem Materiellen. Und das führt dann im Endeffekt wirklich zu einer Ablehnung von einem digitalen, von einem neuen Medien, natürlich Tablets, Smartphones, Internet ist nicht gerne gesehen. Auch der Chef der Deutschen Bahnhof schon hat es mal gesagt, ja, man könnte sich ja mit dem Internet befassen in der Schule. Aber dann fangen wir so in der 12. Klasse an am besten und dann machen wir auch nur die Theorie. Also nicht, dass die da auch vorsitzen, sondern man wird in der Theorie das erklären und dann ist ein Vorschlag, dass man über die Gefahr entspricht, die es da so gibt, die Technik. Ich kenne einen Fall von einem Autisten, der an einer halbpädagogischen Balldorfeinrichtung unterrichtet, wurde, wo die Lehrer darauf eingewirkt haben, dass dieser Schüler, der nicht sprechen konnte, kein Gerät bekommt, kein iPad bekommt, mit dem er, also man wollte ihm über das iPad ermöglichen, rudimentär zu kommunizieren, sodass er zumindest mal Hunger und Durst und solche Geschichten äußern kann. Aber da hat man gesagt, nee, dann greift er ja mit einer Maschine auf die Welt zu und das ist so nicht vorgesehen. Das widersprach dann offensichtlich dem Schicksal und ich weiß leider nicht, wie dieser Fall dann am Ende ausgegangen ist. Man kann diese Technikfeindlichkeit, die hat ja jetzt hier ganz bizarre Komponenten, die kann man auch wieder auf Steiger zurückführen. Der war schon vor 100 Jahren der Meinung, diese ganzen neuen mondischen Telegrafenmasten, die überall stehen, die funken hier die ganze Welt zu und ich kann ja dann gar nicht mehr mit meinen höheren Welten kommunizieren, wenn hier die ganze Luft ist, von irgendwelchen anderen übertragen. Das ist dieses Elternwert, hat sich ja auch ziemlich Luft gesetzt. Das findet man jetzt aber wieder in der Waldorf-Zeitschrift Erziehungskunst, wobei zum Beispiel steht, Waldorf-Lehmer wurden krank, nachdem ein WLAN-Sender in dem WLAN-Zimmer eingeschaltet wurde. Das nennt man den Nocebo-Effekt, man fühlt sich an diesem WLAN-Strahlen, fühlt man sich krank und da steht wörtlich, dass das WLAN auch bei der Reinkarnation stört. Deswegen gibt es die ersten Waldorfschulen und auch das ist kein Witz, wenn die Neubauern haben, dann schirmen die sich technisch gegen Handystrahlung, WLAN-Strahlung ab, weil man das nicht haben möchte und dann schlägt man auch bei der Erziehungskunst auf und das steht unter dem Titel Technik, Wesen wollen unsere Freundschaft, dass in jedem Gerät natürlich auch ein Naturwesen steckt und dass der Natroposoph spricht davon, dass er in seinem Computer nicht klarkam, bis ihm aufging, er muss das Naturwesen im Computer erst besänftigen. Dann hat er es nach seinem Namen gefragt, es hieß glaube ich so, ein Passwort wahrscheinlich auch. Passwort konnte es auch machen. Dann hat er das Naturwesen besänftigt und dann konnte er auch mit dem Computer arbeiten, aber genauso steht dort in jeder Waschmaschine, in jedem Auto ist ein Naturwesen drin und das ist aber auch klar, im Computer zu bauen brauche ich Edelmetalle, die habe ich aus dem Boden genommen, da hat vorher der Naturgeist gewohnt, der ist jetzt sauer, dass ich seinen Lebensfreund einverstört habe, zieht mir ein Computer ein, der aus dem Ärzten gemacht ist und da haust er dann rum und muss dann dann auch besänftigt werden. Ich wünschte wirklich, ich würde sowas manchmal erfinden, aber das kann man online lesen, erziehungskunst.de einfach mal reinschauen unter Technik. Verschwörungsdenken und rechte Ideologie haben wir noch als einen Punkt, bevor wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ich persönlich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Rassismus an Wallhoff-Schulen gar nicht mehr so stark im Vordergrund steht. Also es gab noch vor einigen Jahren rassistische Bücher, die an Wallhoff-Lehrerseminaren empfohlen worden sind. Ich glaube aber, dass das irrationale Denken und das verschwörungstheoretische Denken, dass das heute eine viel größere Rolle spielt und auch viel gefährlicher ist. Denn wenn ich jetzt mal von der Ideologie her denke, da gibt es eine geistige Welt neben der sinnfälligen Welt und es gibt Mächte des Guten und des Bösen, die miteinander im Klinsch liegen, dann ist es von so einer Denke gar nicht mehr so weit bis zu handfesten Verschwörungstheorien, wo irgendwelche finstere Mächte sich verschwarten und irgendwas tun. Und nicht von ungefähr sind auch die Stars der deutschsprachigen Verschwörungsszene, Daniel Ganser und Ken Jebsen, ehemalige Wallhoff-Schüler. Sagen Sie auch gerne zu Gast an Wallhoff-Schulen? Ja, Sie werden immer wieder eingeladen, auch an antropischen Universitäten, aber natürlich auch in der Wallhoff-Schule. Das hat natürlich auch zu Eglas geführt dann teilweise. zu offenen Briefen von Parteien und Stiftungen, die gesagt haben, wir können solche Leute doch da nicht reden lassen. Der ein oder andere antisemitische Rapper war da auch mal eingeladen. Also das System scheint sehr obskure Persönlichkeiten sowohl hervorzubringen, als auch anzuziehen. Und es gibt ja tatsächlich auch immer wieder Fälle von rechten Ideologen an Wallhoff-Schulen. Eindeutig. Andreas Wohlau zum Beispiel, Ex-NPD-Karber, inzwischen ausgestiegen aus der rechten Szene. Der hat acht Jahre Geschichte unterrichtet in Braunschweig in Braunschweig an der Wallhoff-Schule und ist dann irgendwie nicht besonders aufgefallen. Im Nachhinein wurde er dann rausgeschmissen und im Interview gefragt, ob das nicht sehr gegensätzlich wäre, dieses ganzheitliche mit der Anthroposophie und seinem Nazitum. Er hat dann gesagt, nein, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen der Wallhoff-Pädagogik und der NPD. Ich würde es nicht behaupten, aber er hat es so gesehen. Also da gibt es viele aus Ruhe Charakter, aber da gab es in Rendsburg einen Reichsbürger als Chef der Wallhoff-Schule, Geschäftsführer, Geschäftsführer, Entschuldigung, da gab es in Minden einen Nazi, der 20, 25 Jahre lang in Nazi-Organisationen war, für Nazi-Zeitung geschrieben hat, der ganz bekannt war und trotzdem 20 Jahre da einen Kollegen unsitzen kann, seine Flyer verteilen kann und eine Zeitung schrieb mal, das erntete den Kollegen eine Schuld gezogen. Ja. Also sowas ist durchaus möglich, es ist garantiert nicht die Rede, aber wir haben Extremisten. Und ich frage mich dann manchmal, also eigentlich hat man doch Wallhoff-Schulen so als links, bisschen grün, bisschen verschwoben im Kopf. Wie kann es eigentlich sein, dass sich auch solche Leute da finden und ich glaube, die treffen sich gerade in dem Verschwörungsdenken und in diesem Irrationalen. Denn ich glaube, auch die Linken und die Rechten an der Wallhoff-Schule, die können sich im Zweifelsfall auf anti-amerikanische Verschwörungstheorien einigen und treffen sich dann da. Und wenn man sich die Anthroposophie anschaut, das ist ein derartig widersprüchliches und auch schwer greifbares Subjekt, Objekt, dass das im Prinzip zu beiden Seitenhänden offen ist und so. Können da, glaube ich, Linke wie Rechte an der Wallhoff-Schule sich zu Hause fühlen, ohne dass sie merken, dass da ein Widerspruch besteht. Ja, und auch sämtliche Sorten, abgesehen von der Politik, von Verschwörern oder von Esoterikern, von selbsternannten Quantenheilern bis zu Engelsmedien, die irgendwie mit höheren Welten sprechen können, die sie nicht mehr als Wallhoff-Debacht, wie ich finde, überdurchschnittlich möglich. Jetzt haben wir als letzten Punkt, bevor wir gerne in die Diskussion mit Ihnen gehen, möchten doch anthroposophische Medizin an Wallhoff-Schulen. Die spielt nämlich auch durchaus eine Rolle. Ja, absolut. Einige Schulen reißen sich einen eigenen Schularzt. Der Schularzt muss natürlich selbstverständlich vom gleichen Glauben sein. Der ist ein anthroposophischer Arzt und was die zum Beispiel machen, ist halt, die schauen wiederum auf die Wesensglieder, also auf die Körperwöhnen oder Augen. Wenn ich mehrere Augen habe und die sind miteinander nicht im Einklang, dann resultieren daraus Krankheiten. Das heißt, wenn ich krank bin, dann bin ich, habe ich die Krankheit selbst zu verursachen oder habe die selbst verursacht wegen Verfehlerung aus dem späteren Leben und dann sitzen meine Augen früh und eben, sorry, und dann sitzen meine Augen irgendwie schief. Und dann müssen diese Augen behandelt werden. Der anthroposophische Arzt, der gibt natürlich spezielle anthroposophische Medizin, die bislang auch ohne Währungsnachweis ist und der führt auch die Schuleingangsuntersuchungen durch. Wollen wir mal zeigen, was da in Gent berichtet wird? Ja, da haben wir einen Fall von, ich glaube es war 2012, aus Benedikt, aus Gent, die Steirer Schule inspiziert sogar die Ohren ihres Kindes. Das ist etwas schlecht übersetzt, weil es eine automatische Übersetzung von einer großen Flugmaschine ist, sonst wäre es auch flämisch gewesen. Es geht um einen Aushilfslehrer, der an eine Waldschule gegangen ist und eine der ersten Dinge, die er mitmachen musste, war eine Schulleingangsuntersuchung. Da war es das komplette 20-köpfige Kollegium plus den Schularzt und der hat dann so Sachen nachgeschaut wie die Zähne des Kindes, weil wir gönnen uns, er muss sein Äterlag das entwickelt haben, bevor er eingeschult werden kann, das sieht man an den Zähnen. Er untersucht auch die Fersen des Kindes, die Füße, denn nur richtig fest inkarnierte Kinder treten auch fest auf mit den Füßen und nicht fest inkarnierte Kinder die Treppen in ihrem Bereich und er hat auch die Ohren des Kindes, weil man an den Ohren des Kindes zum Beispiel erkennen kann, ob es angängen muss. Es gibt ja Kinder, das wissen wir alle, die sind keine Kinder, die sind seelenlose Kinder, die sind Dämonen und der Steiner hat ganz klar gesagt, und da müsste man drauf achten, für Dämonen Kinder können wir keine Schule errichten. Und deswegen gibt es die Fälle, dass Zähne, Fersen, Ohren vom Arzt bei der Schuleingangsuntersuchung gecheckt werden. Ein anderer Punkt ist, dass meiner Meinung nach die Waldorfschulen in Deutschland Brotstätten für die Masern sind und ein wesentlicher Punkt, warum Masern bis heute nicht ausgerottet sind, es wird sehr stark gestärkt, es gibt Vorträge von anthroposophischen Medizinern, die vorgeblich immer die freie Impfentscheidung propagieren, da aber die Wahl zwischen einer sehr, sehr schlechten Alternative zu impfen und eben dem Nichtimpfen aufmachen, weil ja in der Masernerkrankung Entwicklungschancen liegen. Da gibt es auch einen sehr unappetitlichen Artikel in der Erziehungskunst, den ich gerne zitiere, die Masern-Bergtour, wo eine Waldorf-Mutter sogar einigermaßen absichtlich noch einzelner Kinder infiziert wird, nachdem das andere schon krank ist oder zumindest billigend in Kauf nimmt, dass es sich auch ansteckt und dann berichtet, wie so eine romantische Bergtour da diese Masernerkrankung abläuft. Also zuerst wird angefiebert, das ist dann der Anstieg, das ist sehr entstrengend und schweißtreibend und manche schaffen das auch nicht, diesen schweren Anstieg, das ist dann leider so, aber irgendwann ist man dann über den Berg, diese ganze Familie ist dann auch im Krankenhaus gelandet, wie ja viele, die an Masernerkrankungen im Krankenhaus landen, aber auch das war eigentlich eine ganz tolle Erfahrung für diese Mutter, denn man hatte endlich mal wieder Zeit für das Kind und da muss man sich auch mal überlegen, was da eigentlich los sein muss, wenn es der Masernerkrankung bedarf, damit die Familie immer wieder ein bisschen zusammenrückt, aber am Ende ist man über dem Berg und man stellt dann natürlich auch fest, dass das Kind sich ganz toll weiterentwickelt und dann weiß man es ja, das soll es ja, es soll ja diese Krankheit durchfahren, um sich weiterzuentwickeln, dann postuliert man, es gibt einen Bequenstück und dann braucht er das und das ist natürlich viel besser, das die Masern nicht zu haben. Es spielt natürlich da auch ein bisschen rein, dass der Prophet Steiner der Mannen war, irgendwann wird man zu der Spiritualität nehmen heute und wie werden sie das machen? Sie werden uns die wegimpfen. In den Impfstoffen sind Dinge drin, die die Spiritualität aus dem Körper entfernen sollen und das ist auch einer der Gründe, warum man das bitte nicht zu tun hat und was dazu führt, dass wir die großen Masernwellen der letzten Jahre, die 2. und 10er Masernwellen, die gehen eindeutig von den Waldschulen aus. Und ich habe mich mal mit einer Pressesprecherin, war es glaube ich, des Bundesreprenen Waldorfschulen bei Twitter ein bisschen auseinandergesetzt über diese Masern-Geschichte und sie meinte ja, so viele Masern-Erkrankungen haben wir ja gar nicht, das sind ja nur so und so viele und dann habe ich mal anders gesagt, rauszurechnen, weil es sind ja auch gar nicht so viele Waldorfschüler im Vergleich zu all den staatlichen ich musste dann auf die Fallzahlen von 2012 glaube ich gehen oder 2015, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die sind nämlich beim CIRAM schön gesammelt anhand von Presseberichten und da darf man auch davon ausgehen, dass es da noch eine erhebliche Doppelziffer an Erkrankungen gibt, die eben nicht in der Presse berichtet worden sind, aber wenn man die mal annimmt und dann ausrechnet, wie es denn aussieht, mit dem Risiko an Masern zu erkranken, dann bin ich darauf gekommen, dass es ein 48-fach erhöhtes Risiko gibt an einer Waldorfschule an Masern zu erkranken im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und das ist glaube ich schon eine ganz eindrucksvolle Zahl. Das ist auch ein offenes Geheimnis. Sabine Weitach vom Robert-Loch-Institut benennt ganz klar die Waldorfschule als Problem bei den Masern. Der Jan Leidel heißt der glaube ich von der ständigen Impfkommission sagt, wenn nur einer Masern hat in der Nähe der Waldorfschule ist das wie ein Streichholz in einen Strohhaufen umzuwerfen, dann geht das los. Die Gesundheitsämter sagen, dass sogar die WHO hat das in ihren Papieren zu masern. Da gibt es so fetische Gruppen, ungeimpfte Gemeinschaften und da sind dann die Waldorfschulen ganz vorne. wo die natürlich sagen, ja aber offiziell empfehlen wir nichts. Aber unterschiedlich sieht man durch Impfungsraten bei uns im Ruhrgebiet regelmäßig unter 50%. die amerikanische Waldorfschulen liegen unter 25% der Jugendlichen Kinder. Und das kann nicht ohne Grund so sein. Abschließend möchte ich sagen, wir haben jetzt eine Rundreise durch diese ganze Denke gemacht und das ist für viele vielleicht auch ein bisschen schwer verdaulich. Was macht die Attraktivität dieser Schulen aus? Ich glaube, an vielen Stellen ist es vielleicht auch eine Schwäche im staatlichen System, was man nicht als Ideal empfindet und man sucht da den Ausweg. Ich bin aber doch immer ganz stark dafür, dann das staatliche System bitte zu reformieren und nicht vom Regen in die Traufe zu gehen und sich so einer obskuren Denke da anzuschließen. Ich persönlich stehe dafür, wenn ich ins Klassenzimmer gehe, den Kindern eine Welt zu zeigen, die sie begreifen und verstehen können, in der sie handlungsmächtig sind und in der es auch eine Wirklichkeit gibt und in der man sich auseinandersetzen kann. Und ich harnere sehr mit der Wahl auf Pädagogik, weil ich finde, es ist eine Pädagogik, die den Kindern beibringt, die Welt nicht zu verstehen und das ist für mich einfach eine Unpädagogik und deshalb lehne ich das ab. Und ja, soweit vielleicht mal abschließen. Da möchte ich mich anschließen, und das hast du sehr schön gesagt, die Erziehung dazu, die Welt nicht verstehen zu sollen, die kann ich dir nicht geben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich lange zugehört, ziemlich genau anderthalb Stunden. Wir haben es geschafft. mit anderen Fragen und Anmerkungen. Was macht jetzt die Attraktivität von Waldorfschulen gerade im linksliberalen grünen Milieu aus? Ich würde sagen, das sind Bildungsbürger, die sollten eigentlich wissenschaftlich geschult sein, wissenschaftlich kursiert sein. ein Punkt ist vielleicht, was das grüne Milieu betrifft, dass eine der Gründungsströmungen der Grünen die Anthroposophie ist. Die Anthroposophie. Die haben sich ja aus verschiedenen Strömungen zusammengesetzt, und eine davon ist die Anthroposophie, und ich glaube auch, dass die sich da immer noch hält. Ich muss da sehr loben, die jungen Grünen erwähnen, die da nicht mit aufgewachsen sind und einen ganz anderen Weg einschlagen, aber man sieht halt auch genug an den Schaltzentralen, Gerhard Heffner und wie sie alle heißen, Stramm-Anthroposophen, die die grüne Politik von Anfang an mitgeprägt haben. Das schleicht sich jetzt, glaube ich, so langsam aus. Und ich glaube aber auch, dass man in der beschleunigten Welt, in der man immer mehr Druck, sowohl in der Arbeitswelt, aber auch in der Schulwelt an den staatlichen Systemen empfindet, dass man da gerne eine Alternative möchte, die doch ein bisschen entschleunigt, die dann Ausweg bietet, und ich sehe da auch tatsächlich viele Entwicklungen im staatlichen System und die fangen, das wäre jetzt ein eigenes Thema, die fangen für mich bei den PISA-Untersuchungen und der Verengung des Bildungsbegriffs auf einfache Testungen und dann in der Folge das Auslegen der ganzen Pädagogik auf diese Tests hin. Das ist eine Aushöhlung des Bildungsbegriffs und das ist fatal und da möchte ich, dass da wegen gesteuert wird, aber bitte innerhalb des staatlichen Systems. Und vielleicht dichtet man den war doch begeistert und war so ein bisschen Gutmenschen-Tumor ein, aber ich finde das eigentlich unfair, weil es geht mir auch so, ich möchte eine bessere Landwirtschaft und eine bessere Tierhaltung. Das finde ich wichtig. Wer macht das denn? Wo kann ich denn da hingehen? Dann gehe ich zum Demeter, der tanzt da unten, um den Apfelbaum. Und ich will eine bessere Medizin, die nicht nur eine Apparatemedizin ist, die den Menschen vielleicht mehr zieht als der hat Kopfschmerzen und auch mal fragen, warum hat er die Kopfschmerzen? Das hat ja dazu geführt. Eine ganzheitliche Medizin, da gehe ich zum anthroposophischen Mediziner und mir da meine Globuli. Und wenn ich eine andere Schule möchte, die eben nicht diese vorgebliche Leistungskaderschmiede ist, dann gehe ich auf die Waldorfschule. Das Problem ist, die bieten das ja an oder die tun auch das Richtige. Aber wenn sie das Richtige tun, dann immer aus den falschen Gründen. Und ein Punkt noch, es wird halt nicht offen ausgesprochen. Es ist ja nicht so, dass man zum Waldorf-Info-Abend geht und man einen ähnlichen Vortrag zu hören bekommt. Individuell, ganzheitlich. Und das Kind da, wo es steht. Genau. Also wenn man die Konzepte kennt, dann erkennt man sie auch wieder, wenn man zu einem Info-Abend geht. Das ist mir jedenfalls immer so gegangen. Ansonsten wird das in wohlklingenden Worthülsen verpackt, was man da eigentlich tut. Und ich glaube, viele Eltern wissen nicht, auf was sie sich da einlassen. Genau. Das war meine Frage. Wissen das überhaupt Eltern? Ich habe das Gefühl, dass viele, die sich dafür interessieren, und dann hatte ich auch entschieden, keine Ahnung davon haben, kriegen die mit, dass ihr Kind charakterlich eingeordnet wird? Kriegen die diese ganzen Sachen, die wir heute erfahren, und kriegen die das im Schulbetrieb mit? Manche bekommen es mit, manche nehmen ihr Kind ja da noch runter und melden sich bei uns. Manche bekommen es vielleicht auch nicht mit, da läuft es einfach glatt durch. Ja, nee, das wissen ganz sicher nicht alle Eltern an Waldorfschulen, was da getrieben wird. Und es gibt natürlich auch einen Kern von anthroposophischen Eltern an Waldorfschulen, die da häufig auch als graue Eminenzen unterwegs sind und auch im Hintergrund noch so ein paar Stritten ziehen. Das sind dann sozusagen immer so abgeschlossene Zierfe in der Elternschaft. Wir sind ja alle gleich, aber natürlich sind das doch ein bisschen gleich. Vielleicht. Eine weitere. Gibt es eigentlich auch immer noch, also erstes Mal vielen Dank für den sehr anschaulichen Vortrag. Ich beschäftige mich ja auch intensiv seit einem halben Jahr mit dem Ganzen. Ich habe Bücher gelesen, habe Berichte im Internet gelesen usw. eine ganz konkrete Frage oder zwei konkrete Fragen. Man hört immer wieder von ehemaligen Waldorflehrern, Eltern von ehemaligen Waldorfschülern, die sich nicht zu outen wagen, dass sie ihre Kinder von der Schule genommen haben, weil sie sonst gemobbt werden. Weil sie sonst, weil die Nachbarin, die auch ihr Kind an der Waldorfschule hat, sie nicht mehr kennen würde. Manchmal werden sie auch mit rechtlichen Schritten bedroht. Ja. Warum ist das möglich? Warum haben die Eltern so wenig Mut, sich öffentlich zu äußern zu dieser Problematik? Viele überlegen sich dann, ja, die Anthropologie ist im Endeffekt ein Milliardenkonzern. Wenn man sich mal die Praxisfelder anguckt, da gibt es, die haben eine unglaubliche Macht in der Gesellschaft und die haben auch eine unglaubliche wirtschaftliche Macht. aber die sind sehr tagefreundlich und der Druck ist sehr groß und vielleicht ist auch ein Nebenaspekt, den ich sehe, wenn man sich auf das System reinlässt, dann geht man zum Demeterhof, dann kauft man die anthrosomische Medizin, dann geht man in das Krankenhaus zu dem anthrosomischen Arzt, man bewegt sich in einer Welt, wo alle irgendwie zu diesem System bekamen. Und wenn man da jetzt noch richtig reingetaut, ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Man kann da nicht vielleicht brechen in der Eurotie. Phil? Ich würde vielleicht einen Versuch machen, teilweise die erste Frage zu beantworten, nach allem, was er heute erzählt hat. Ich sehe eine sehr, sehr große Ähnlichkeit zwischen dem, was Rudolf Steiner gesagt hat, seiner Philosophie, und sehr vielen esoterischen Strömungen insgesamt, die auch relativ fest in unseren Gesellschaften geankert sind. Also vieles, was ich von der Esoterik her kenne, wo kommt der Grunde, dass die sich jetzt irgendwie als Steiner einhörer bezeichnen. Aber man sieht, wie man das jetzt kennt. Das kommt von Steiner. Und daher denke ich auch, dass sehr viele Eltern, auch wenn sie jetzt nicht direkt Anthroposophen sind, sind die Erinnerung, weil sie recht esoterisch eingestellt sind oder weil sie sich mit einer vermeintlich sehr materialistischen Welt, weil sie sich da nicht wohlfühlen und dann die Anthroposophen als etwas sehen. Erstens vielleicht nicht direkt meine, meine allererste Pilgrü, aber irgendwie sind die schon wie ich auch. Und das ist deswegen auch ganz gut, wenn man dahin gehen würde. Ja, wirklich. Vielleicht kann man das ja sogar wegignorieren, kann ich sagen, ja, aber ich möchte gerne und ich möchte gar befreundet Handwerk. Und ich weiß, dass der Steiner einen an der Waffe hatte, aber ich hoffe, der hat dann gar keinen Einfluss mehr. Und Sie werden keine Waldorschule finden, wo irgendwas von Steiner gelesen wird. Kein Kind wird jemals ein Text von Steiner gelesen. Das machen die Lehrer dann, wenn die Schüler wechseln. Genau. Oder zur Andacht. Wirklich auch. Ja, da gibt es Andacht für Kerzen. Aber das wird rausgeheimnisst und das wird auch nicht plakativ in den Vordergrund gestellt. Da muss ich schon verstehen, was die meinen. Ich hole das Kind ganzheitlich ab und behandle das individuell. Und solange ich das nicht verstehe und mein Kind das auch gar nicht mitkriegt, ja, dann ist es doch groß, dann lass sie doch esoterisch tanzen. Aber Hauptsache, das Kind hat dann erstmal vorgeblich keinen Druck und hat dann eine schöne heile Schulwelt mit Singen und Spielen und Klassenaufgängungen. Genauso im Landbau sagen viele, ja, ich will das Tierbrot und ich will das Pestizidfreie Gemüse und ob der jetzt esoterisch tanzt oder sonst irgendwas macht, ist mir auch los, dass die später Spinner sein, aber ich nehme mir das raus, was ich gerne hätte. Und das funktioniert für viele erstaunlich gut. Finanzielle Dinge sind überhaupt nicht angesprochen worden heute Abend. Können Sie dazu noch etwas sagen? Finanzielle Dinge. Mit Schulgeld, Nachhilfeunterricht wird der überproportional fällig gegenüber staatlichen Schulen oder Ja, das ist ja durch diese Klassenlehrerzeit, in der häufig der Stoff nicht so schnell vorangetrieben wird, dann so, dass man das zum Ende der Schulzeit hin, wo man ja dann normalen Abitur teilnimmt, aufholen muss und es ist tatsächlich so, dass an keiner anderen Schulform mehr Nachhilfe genommen wird, als an Waldorfschulen. Das erklärt sich die Waldorfseite, damit das ist ja häufig auch finanzstarke Elternhäuser sind, die auch besseren Schülern vielleicht nochmal zusätzliche Nachhilfe zukommen lassen. Erziehungswissenschaftler wie Heiner Ullrich gehen aber schon davon aus, dass man da versucht, in kürzester Zeit das nachzuholen, was vorher versäumt worden ist. Und Schulgeld wird auch erhoben, das sind im Durchschnitt ich glaube 200 Euro im Monat ist in aller Regel gestachelt ein Stück weit nach Einkommen. Ich mache den Satz zu Ende und dann komme ich eben mit der finanziellen Heizung. Ja genau, die gibt es natürlich auch. Angeblich, das wird immer gerne rausgekehrt, dass man auch Sozialplätze hat und Eltern, die dann nicht bezahlen, die müssen natürlich auch nicht bezahlen. Das sind aber wahrscheinlich eher Feigenblättchen und es wird häufig eine ganze Menge bezahlt. Also offiziell sprechen die von 200 Euro, man hört da aber auch ganz anderes rum. Und andere dann vielleicht im Gegenzug weniger, aber der Staat zahlt natürlich ordentlich rein, weil im bundesweiten Durchschnitt werden 72% der Kosten an der Wahl schon vom Staat getragen. Ich glaube, hier in Baden-Württemberg sind es glaube ich 80%. Also ich bin Ehrer Waldorf Eltern Teil, hier ist die andere Hilfe. Wir haben ein Einzelkind und dieser Schonungsgedanke, den Sie da nannten, das war glaube ich unsere Überlegung, nicht diese Wucht diesem Kind des Staatlichen Systems zu bieten. Wir haben angefangen mit 120 Euro im Monat und aufgehört im Abitur mit 550 Mal im Monat. Wir haben 20 Mal damals. Also der steigert sich, da kommt auch immer die tiefe Augenkontakt in eins, muss man sagen, diese Herrschaften können nicht mit Geld hingehen. Die Bau und schulen, obwohl kein Geld da ist, immer mit dem Versprechen, das wird sich regeln. Und das war nun diese Steigerungsrate. Man hat gebaut, alle fanden das schön, besonders diese Tränenhälfte in der Klasse, diese Vergeistigten und sagen, alles toll und wird sich alles finden. Und dann ist kein Geld mehr da und tiefer Augenkontakt und sie hat auch nur ein Kind und bitte ein bisschen mehr. Es war noch nicht so weit, dass man eine Gehaltsbestätigung ablegen musste, aber ich weiß von einer anderen Schule verlangt haben, dass die Elternschaft ihre Einkünfte offen zu legen kann. Und daran dann gemessen wurde, was denn bitte schön für das Kind zu zahlen ist. Und bei Einzelkindern das noch zur Beantwortung auf Ihre Frage, dieses kringante Schwimmen so nach dem Motto, ach sie haben doch nur eins. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man das Kind nicht unternimmt. Jetzt habe ich schon so viel investiert für so viel Geld Ich habe meiner Tochter oft empfohlen, die als Klasse eine Karma Panne. Eine Karma Panne. Die Frau war ungeeignet. Du kannst wählen, bitte. Die hat durchgehalten, die hat gesagt, ich will das schaffen. Die ist heute eine gestandene Frau und blieb zurück in Form. Aber sagte diese Probe, diese 13 Jahre haben mich gelehrt, mit jedem Mann zurecht zu kommen. Das war für mich so quasi ein Vorstudium von der Soziologie. Danke für den offenen Worteil. Ich hätte dazu eine Anschlussfrage, wenn wir schon Eltern von ehemaligen Waldorf-Schülern hier haben. Ich habe gelesen, dass es auch zumindest früher gab es das unangemeldete Besuche von Lehrern in den Elternhäusern und dann wurde zum Beispiel gesagt, ach was Junge, mein Fernseher, weil es sehr verbündet war. Ich habe es das bei dem Besuch, aber angemeldet. Angelehrer man wollte jeden Zeit sehen. Und danach hat man vorher den Fernseher schnell versteckt. So habe ich das schon häufig gehört. Aber alles drüber. Tuch drüber ist eine klassische Sache. Habe ich aber auch schon vermehrt von Fällen gehört, man sagt, das macht man an unserer Schule nicht. Es gibt es aber ganz vereinzelt noch, ich habe es glaube ich aus Hildesheim gehört, 2019 gab es einen Flyer oder eine Handreichung für die Eltern auch wirklich kein Fernsehen. Wir sind auch nicht zuhause, aber das technische ist auch revanisch und ironisch und wird nicht gemacht werden. Es wird immer weniger rückständig, aber es ist teilweise noch so. Meine Warnschule ist wie eine Schattenkrankung, du weißt nie, was du kriegst. Das kann ja gut sein, ist ganz schlecht. Die Warnschule ist auch eine ganz freitische Schule. Das ist ein Unterschied. haben wir wieder mit dem Essen? Gibt es da auch speziell Essen? Oder Es ist nicht jede Schule eine Waldorfschule. Essen gibt es aber häufiger an Waldorf und es ist dann natürlich auch biodynamisch. Das ist glaube ich zu 79% groß ist es biodynamisch. Nach dem Mithaber, nach Rudolf Steiner haben wir auch mit magischen Methoden hergestellt. Das ist schon Pflicht. Da gibt es dann halt auch so Sachen wie die Anweisung, das bitte nicht in die Mikrowelle zu tun, weil wir haben esoterisch getanzt auf dem Feld und jetzt sind die Ätherkräfte in dem Apfel dann zerstöre ich die Ätherkräfte wieder. Da gibt es eine ganze Ernährungslehre natürlich auch noch, die lebt. In dem Schulgeld ist das Essen mit drin. Das weiß ich nicht ganz genau. Das wird vermutlich von Schule zu Schule auch unterschiedlich geregelt werden. Die schaffen ganz gute Abschlüsse und das liegt vermutlich an den Elternhäusern aus denen sie kommen und das kann man glaube ich auch mal selbstkritisch sagen. Ich glaube dass die Schulen letzten Endes oder nein ich glaube dass die Elternhäuser ganz viel von dem ausbügen was Schulen versäumen und das erlebe ich im Moment auch selber als Vater ist für mich noch mal ein Aha Erlebnis als Grundschullehrer selber Kinder in der Grundschule zu haben von mir ach so funktioniert das am Nachmittag dass die Kinder und da hat man schon auch eine Vorstellung davon entweder hat man Eltern die das leisten oder man hat Eltern die leisten das nicht und wer sein Kind zur Waldorfschule gibt ist schon mal bereit ein beträchtliches Schulgeld zu bezahlen die Eltern haben überdurchschnittlich häufig hohe Bildungsabschlüsse selber und dementsprechend wir wissen ja auch aus anderen Studien dass der Bildungserfolg von Kindern sehr stark wird wenn man auch zusammen hängt da schließt sich dann ein bisschen der Kreis also man schafft das schon aber es gibt auch diese Queraussteiger und da weiß man halt nicht welchen Abschluss machen die später die müsste man ja eigentlich mit einrechnen wenn 50% der Kinder wechseln oder 30-40% der Kinder wechseln unterwegs müsste man gucken wo lang die denn eigentlich am Ende noch mal zu den Abschlüssen es gibt gestufte Abschlüsse den Grundschulabschluss die Mitte Reife Fachhochschule und Abitur nur die Elternhäuser erfahren das immer relativ spät und zwar sehr plötzlich dass das Kind eigentlich gar nicht geeignet ist für das Abitur das wird ihn aber lange verheimlichen ja und dann beginnt das Quetschen nach unten und im Übrigen was die Nachhilfe angeht nicht dass meine Tochter hochbegabte gewesen aber nur einen einzigen Tag ist französisch Nachhilfe ansonsten und das muss man nun wieder sehr gut anrechnen diesen Kindern die müssen Vollabitur machen an den normalen Gymnasien dürfen sie abmelden die mussten in allen Fächern ran da wurde nichts abgewählt und das sagt meine Tochter heute da bin ich gegenüber anderen Abitur eigentlich fühle ich mich da ein bisschen herausgehobener und zu Recht wir haben ganz viele Worten mindestens sechs glaube ich mittlerweile verziehe ich habe zu Noten gerade noch eine Frage oder eine Anmerkung also wenn die Zahl stimmt ist es doch so dass irgendwie nur ein Drittel der tatsächlich Note beim Abitur von der Abiturprüfung kommt und die anderen waren Wörtgenberg jedenfalls und die anderen zwei Drittel kommen so durch die Schulnoten meine Theorie war immer dass an der Waldhof Schule Schulnoten eine relativ Brustel Entscheidung des Lehrers sind und damit habe ich das Gefühl dass da die Evaluierung nicht so gerade läuft wie an der statischen Schule kann das sein oder liegt das total falsch Ich kenne da unterschiedliche Aussagen aus den Ministerien und ich glaube dass wir von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen sich unterscheiden klar kann es immer sein dass ein Waldhof Lehrer seine Schüler wohlwollend beurteilt da aber das würde ich jetzt erstmal nicht unterstellen wollen dass das passiert immer die neuen durchsteckende von den Klassen da kam die Moral nicht gut weg und ich habe mich dann gefragt wie kommt das und sicher mag es einige Fall sein dass Kinder einfach durch im Nachhilfenunterricht entsprechend gehypt wurden das andere ist aber das weiß ich von Erzählungen das weiß ich auch meine Schwester in der Walderschule war dass es ein Wahnsinn oder dann gerade die große Reduktions herrscht genau das was ich vorhin gesagt habe denn es sind einfach gar nicht alle Kinder hervorgesehen und die Abhängigkeit von der Entscheidung liegt ist das gerade in aller Schule und da kann man nicht viel dagegen machen das heißt die Leute die 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 sind gefehlt und in den letzten drei Jahren geht es schon auch richtig ab eigentlich geht es schon in der Oberstufe ab also in den ersten acht Jahren fängt das Ding richtig an zu stressen also da hat man gemerkt bei meiner Tochter Hoppala jetzt ist die Spielerei zu Ende was schon acht Jahre na acht Jahre Klassenlehrer und dann in der Oberstufe richtig richtig geht die Post ab es gibt ja sehr sehr wenig empirische Studien zur Schulqualität und zur Lernerfahrung von Waldorfschulen aber hier habe ich eine und aus der geht hervor dass etwas über 40% Verwalter auf schüler nach dem Unterricht haben während auf statischen Schulen sind etwas über 20% wobei man da wissen muss der Vergleichsdatensatz ist von einer hessischen Gesamtschule glaube ich und ist insofern auch von der Zusammensetzung der Schülerschaft eigentlich gar nicht vergleichbar das ist ohnehin Schwierigkeiten dieser Studien ist aber ganz interessant die ist aus dem Waldorf Umfeld entstanden und man darf sich beim Fazit nicht immer in die Irre führen lassen wenn man die kritisch schließt sind da viele Daten drin die einen aufreichen lassen interessant ist natürlich auch dass der Staat keine großen Studien durchführt zu der Situation der Waldorf und dass die maximal von den Waldorf selber durchgeführt werden und da gibt es Dinge dass der Studienleiter ein Waldorf Vater ist dass sein Experten Team alles von der Waldorf kommt oder von anthroposophischen Universitäten und dass der Hauptgeldgeber für die Studie der freien Waldorf ist und das Ganze unterstützt von der anthroposophischen ELS Bank ich will denen nicht vorwerfen dass die schubbeln aber das hat doch schon geschmeckle wenn alle beteiligten an der Studie aus dem Hause Waldorf kommen oder aus der Artikosophie kommen das würde mich beim letzten der Studienergebnis immer kritisch machen und vielleicht noch ein zwei letzte drei letzte Frage dann können wir das ansonsten vielleicht auch noch im Gespräch im Anschluss weiterklären ich hätte eine Frage zur Lehrerausbildung wissen Sie da vielleicht Bescheid ich habe auch geschimpft wir sollen einigen dann haben alles verschluckt auf letzten Meter also jetzt speziell die Frage gibt es da irgendwie eine staatliche Kontrolle oder kann wirklich eigentlich jeder Lehrer ist glaube sehr unterschiedlich von bundesland zu bundesland ich glaube in Bayern und büttemberg ist erste staatsexamen pflicht das ist ganz häufig das erste staatsexamen pflicht ich habe das mal angefragt bei allen bildungsministeriums schon ein paar jahre her es ist aber tatsächlich sehr unterschiedlich im grundgesetz heißt es dass die ausbildung von lehrkräften an schulen in nicht freier widerschaft in wissenschaftlicher hinsicht gleichwertig sein muss und um das zu erfüllen sagen viele bundesländer deshalb nehmen wir dieses erste staatsexamen als maßstab damals war es zumindest noch das erste staatsexamen weil es da bachelor master noch nicht gab und das zweite staatsexamen ist dann der praktische teil der wissenschaftliche teil ist abgeschlossen und der zweite teil der kann dann die waldorf lehrerausbildung sein die waldorfschulen leisten sich als einzige eine eigene lehrerausbildung mit den waldorfseminaren wenn man sich nervi-lehrpläne anguckt die findet man zum teil im internet dann sieht man dass es wirklich da findet sich nichts wissenschaftliches das ist tatsächlich anthroposophie wo das anthroposophische menschenbild hoch und runter die geschichtserzählung alles ich kenne das auch so aus Nordrhein-Westfalen da gibt es keine voraussetzung für den lehrerberuf noch ein waldorfseminar gemacht haben oder wie ich immer sage ein esoterik-seminar wo manche die ausbildung gemacht haben die pläne ins internet gestellt haben wo man sieht da werden exegese betrieben da wird steiner gelesen da geht es um esoterik vor da werden keine didaktischen fähigkeiten oder sehr wenig und du hast betrieben gerade bayern bayern die zweites staatsexamen voraussetzen es gibt einige wenige bundesländer die sagen wir wollen die volle lehreausbildung und ob die danach noch etwas anderes obendrauf setzen das ist uns egal das sind aber die wenigsten bundesländer meines wissens ist es in baden bingberg so dass nicht das erste stadt examen möglich ist das ich habe das nicht mehr genau im kopf wie das war da steht meine wort war kam auf an die klassenlehrerin meiner tochter war maschinenbauerin elektro und mag man dieses examen als erstes staatsexamen gelten lassen sie war mutter eines weibachkindes in einer anderen gemeinde und nach unserer schule ist sie dann genommen worden weil sie dann diese freie hochschule gemacht also diese lehrer auch angeht zu dem lehrer seminar da wird nichts gelehrt ich habe mich damit auch beschäftigt damals weil ich auf den wohn gehen musste warum die frau nicht pädagogisch begabt ist die hat dann keine pädagogik null dafür darf sie acht jahre lang alle fächer unterrichten und die gesamte schulbücher man sich mal orientieren könnte der gesamte kern der schulbildung der kinder damit bestimmen und ich will das nicht kann man nicht können das ist eine spruchbeweite keine frage nur eine kurze ergänzung dass es eigentlich § 7 grundgesetz privatschulengesetz ein verfassungsbruch denn diese ausbildung ist nicht gleichwertig mit den verstaatlichen schulbüchern aber da wird geduld ich verstehe das schulbüchern ist ich will sagen es ist auch mit dieser sogenannten kunstentwicklung an den waldsorgschulen für meinen begriff nicht weit her denn in der kunst soll der mensch irgendwo oder der schüler eine persönlichkeit entwickeln und jeder für sich ein bisschen mehr Mut haben zu sich und seine Ausdruckskraft und das gilt gefördert werden und was passiert sie machen alle nass nass mit ähnlichen Farben und diese vergrastete Farbenlehrung von den Bösen im Kopf die hinter und vorn sowieso nicht sind und es ist im Grunde genommen eine Vorschrift es ist kein Kultunterricht der den Schüler zur Freiheit wenigstens auch zu einer geistigen Freiheit bringt und da finde ich persönlich den Ohren das heißt wir erziehen zur Freiheit die meines Erachtens nicht stattfindet aber wenn man das findet dass man was gelernt hat kann es auch 21 wenn es eine Seele hat und ich dann kann es ja sich auch entfalten dann eigentlich ist auch nicht genau ich würde auch gerne noch zwei Gedanken einschreuen einer zum Griff der Ganzheitlichkeit ganzheitlichkeit klingt immer ganz gut aber man muss eigentlich danach fragen was ist die Ganzheit die Ganzheit eben das vorangegeben gegangene Leben umpasst oder irgendwelche Dinge die gar nicht da sind dann wird diese Ganzheitlichkeit zur Zwangsjacke wo ein Kind reingepresst wird irgendwas das gar nicht da ist sondern reingeschraubt wird ach wenn du dann entwickelt hast das war nicht auch zu sehen ja ich bin halt noch nicht so weit da bin ich bei dem zweiten Gedanken da ist ja diese Technikfeindlichkeit da da ist ja auch dieses von Schreiner der ist im Grunde genommen ein gescheiterte Akkardiniker der hat mal ein Studium abgebogen dann hat er dann doch noch Philosophie Doktortitel machen können mit der schlechtesten Note mit der man überhaupt durchkommt die Doktor hat man uns in zwei drei Stunden durch gelesen die dünnes Heft 48 Seiten und dann war es mit der akademischen Karriere nichts und dann erfindet man sich denke ich mal so als Kompensation für seine Niederwertigkeitskomplexe sagt man ich weiß ja irgendwas Besseres ich sehe ja hell und ich habe die Befürchtung dass dieser Geist sozusagen wir sind überfordert mit der technisch sierten Welt und sowas vorherrscht vielleicht auch bei den Anhängern jetzt teilweise die dann selber Lehrer werden und jetzt den Wunsch haben ja wir verstehen zwar die Technik nicht und das Internet nicht und das alles nicht aber wir sehen ja mehr als die anderen wir sehen ja tiefer die vielleicht noch vielleicht noch sie und dann genau würde ich nämlich gerne zum Ende kommen Gibt es die Möglichkeit, als Aufenthalter, also nicht zur Elternschaft gehörende, herauszufinden, ob bestimmte Schulen eher besser oder eher schlechter sind? Meines Wissens nach nicht. Man kann es natürlich mal fragen, auch wenn auf den Jugendamt stattfindet, die Schulen machen die einmal im Jahr für die neuen Klassen, um dann kritische Fragen zu stellen. Aber auf die Gesichter zu gucken. Da sieht man auch im staatlichen System nicht immer das, was am Ende wenig stattfindet, weil das natürlich Werbefachen stattfindet, ist ja klar. Die Eltern sagen ja auch mal nicht. Bei uns in der Schule ist das nun nicht so. Genau. Die Schule, wo ich gerade bin, wenn ich einen Vortrag halte, dass wenn da Überzeugte bei Dörfler, Schüler oder Eltern sitzen, dann ist es genau an der Schule, ist es nicht so. Ist man mal ein bisschen nach. Aber wenn man kritisches Denken betreibt oder auch nicht betreiben soll, oder es den Kindern auch nicht beigebracht wird, wie kann man die Kinder hinterher fragen, ob die Schule irgendwelche negativen Aspekte haben, die sie vielleicht gar nicht erkennen können und nicht erkennen sollen? Das wissen die da nicht. Ich wollte nochmal auf das Motiv reingehen, weshalb viele Leute einfach gerne ihre Kinder in den Waldorf zu beschicken. Also ich weiß von einer Bekannten, die hat mir gesagt, dass da tatsächlich die Bibliothek der Erwerbung die große Rolle spielt, dass sie da selber kochen und hat gemeint, mindestens acht, neun Eltern waren auf dem Elfenamt da, die auch in den gleichen Bio-Supermarkt-Arbeit einkaufen, in denen sie raubt sind. Also das ist tatsächlich die große Rolle spielt. Und auch das, ich will meinem Kind nicht auf diese asoziale Schule, das Action, die eigentlich nicht passend mit mir geht. Und wir sind müde, wir sind wenigstens, wir wollen mit Leuten zusammen sein, die einen aufzunehmen. Das war ein Problem, wegen der Versteunung. Ich denke auch, dass die Ganztagelung auch ein großes Projekt ist. Dass ganze Leute an der Familie zu Beginn auch in diesen Sternen in den Waldorf zu schicken. Ich glaube, das ist sicher eins auch. Aber in einem hat der Speicherrecht, es gibt Dämonen. Jeden Morgen, wenn ich ins Bad gehe und das Licht als Knirps schaut mir einer aus und spielt ihn. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich möchte nochmal dezent darauf hinweisen, dass da vorne noch ein interessantes Buch liegt, das heute zum Kampfpreis von 10 Euro verheilgeboten wird. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere zugreifen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Auch von mir herzlichen Dank für den aufschlussreichen Vortrag und die angeregte und gute Debatte. Ich möchte nochmal, Oliver hat es bereits dankenswerterweise gemacht, auf den Film morgen um 10.30 Uhr hier an dieser Stelle hinweisen. Der Film heißt Wie gut sind Waldorfschulen? Er befasst sich ebenfalls kritisch mit Waldorfschulen und wurde gemacht im Auftrag des SWR damals noch. Ich glaube, das hat dann zu Rechtsschwierigkeiten geführt, von Herrn Dietrich Kraus. Herr Dietrich Kraus ist Träger des Grimmepreises und ist Mitglied der Redaktion der ZDF Satiresendung Die Anstalt. Er ist ein absolut kenntnisreicher, sehr intelligenter Mensch. Schöner街 Der Film ist ein absolut kenntnisreicher, sehr nett, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank.